Wir haben gesagt, wir machen kein Video mehr, oder? Ja, genau. Grüß dich. Servus. Grüß euch. Da sind wir wieder. Es ist eigentlich mehr oder weniger so ein Lebenszeichen einfach wieder, würde ich sagen. Ein kurzes Hallo. Wir sind noch da. Genau. Und vielleicht reden wir über das, was es im letzten Jahr bei dir gegeben hat, im Sinne der Betrachtung der Dinge. Ja, was soll ich anfangen? Ist in deinen Augen immer noch alles gut, so wie es ist? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist alles gut. Wir sind mittendrin, in einem Prozess, wo es halt eine Zeit braucht, dass das, was zum passieren hat, einfach passieren kann. Und ich habe das ja schon mehrfach erwähnt in anderen Videos, dass ich der Meinung bin, dass wir das Gott auf geistiger Ebene materialisiert gespiegelt kriegen. Wovon ich damals angefangen habe zu reden, dass wir nicht unsere Personen sind, dass wir die Menschen hinter der Person sind und so weiter. Das spiegelt sich jetzt materiell durch die Maske, Persona heißt ja Maske auf Lateinisch, durch die Maske, mit der der Mensch konfrontiert ist, dass er sich damit nicht mehr identifizieren will, dass er es ablegen will. Dass wir hier mit der Maske geistig befasst sind, während wir sie ablegen. Das heißt, der Geist hat angefangen zu erwachen und durch diese Maske die natürliche Person im Kollektiv jetzt ablegen und muss damit eine Zeit lang damit befasst sein, bis es am Tisch liegt. Während es in der Hand hat quasi. Sie fällt nicht von selber ab, sondern er nimmt es ab und legt es am Tisch. Und jetzt haben wir die Phase wahrscheinlich kurz bevor es am Tisch liegt. Er hat es schon länger in der Hand, merkt es, kämpft dagegen, wehrt sich dagegen. Der Darth Vader ist das Symbol für den Kampf gegen die Maske. Und der sagt am Schluss, ich bin dein Vater. Wo dann die Wiedervereinigung mit dem Vaterbewusstsein passiert, der Ratschluss mit Gott im eschatologischen Sinn. Genau, so sehr geht es nach wie vor. Aber was mir einfallt bei der Schilderung ist ja, dass der Betroffene auch vorher die Maske selber aufgesetzt hat und nicht eigentlich Opfer eines anderen ist. Nein, ich würde sagen, er hat es aufgesetzt gekriegt. Die Maske von der ich spreche, in Klammer, die natürliche Person. Okay, aber ich meine jetzt von dieser FFP2-Maske, die setzt du selber auf? Er setzt das zwar selber auf, aber nicht aus freien Stücken, sondern befohlener Weise. Aber das ist für dich symbolisch nicht wichtig, dass das selbst passiert, oder nicht durch Herrn Kurz zum Beispiel oder durch irgendeinen externen Tritten? Nein, es ist für mich dasselbe. Deswegen, weil es halt auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Qualität passiert. Aber du unterscheidest das nicht? Da wo die Kirche die Ursache dafür ist, ohne dass wir es gewusst haben, dass wir die natürliche Person aufoktroyiert bekommen haben, diese Zumutung des Rechts. Genauso ist hinter den Kulissen eine höhere Macht dafür verantwortlich, dass jeder Mensch sie mehr oder minder freiwillig die Masken aufsetzt. Ja, wie sagt man, verpflichtend freiwillig hat es früher geheißen. Genau, befohlenes Lustigsein. Befohlenes Lustigsein. Genau. Aber diese übergeordnete Macht, wie du sie nennst, in letzter Konsequenz bist du, tut es in deinem Wesenskern. Ja, und deswegen ist alles gut. Man wehrt sich zuerst dagegen, bis man draufkommt, das hat immer schon gepasst. Ja, und das ist trotzdem falsch, wie ich sage, dass man sich selber die Maske aufsetzt, wenn man sagt, diese übergeordnete Macht, die uns die aufgesetzt hat, sind wir im letzten Wahrscheinlich ist genau diese Freiwilligkeit, wo keiner weiß, wo eigentlich die Freiwilligkeit angefangen hat. Weil auch das natürliche Personenspiel ist ja auch freiwillig. Ja, richtig. Ja, genau. Und keiner weiß, wo hat eigentlich die Freiwilligkeit angefangen, die will da nicht mehr dabei sein. Und da ist der Freemann gekommen und hat versucht zu erklären, wie das alles aufgebaut ist, wer eigentlich dahinter was steckt. Und letztendlich, dass das ganz normal ist, weil es hat der Heilige Geist gemacht. Es ist in sich notwendig gewesen, offenbar. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir diese Maske im Kollektiv ablegen. Aber nicht die Maske aus Stoff oder was weiß ich was, sondern die geistige Maske. Deswegen ist ja auch die Burka und wie soll ich heißen, der Ki-Ti-Hab oder so ähnlich. Ich kann mich da leider nicht aus mit dem Begriff. Ja, genau. Aber das waren immer so Themen, das Vermummungsverbot. Ja, das stimmt. Das ist genau dasselbe, nur eine andere Ebene wiederum, aber dasselbe Botschaft. Und jetzt geht es darum, diese Vermummung tatsächlich abzulegen, in der der Mensch als Totenmaske, als ägyptische Totenmaske, durch seine israelitische Gefangenschaft in Ägypten durchgemacht hat. Die hat er durchgetragen, als Rolle hat er durchgetragen, gemäß der Tora, der Rolle, die Schriftrolle, wo wir dann letztendlich bei der Bundeslade Medizingebote sind. Also im Hintergrund waren Mächte aktiv, die dafür verantwortlich waren, dass wir eine natürliche Person überhaupt zur Verfügung haben. Wir haben diese Zumutung nicht deswegen, weil da eine Verfassung geschrieben steht, sondern wir haben eine Verfassung, weil die katholische Kirche das möglich gemacht hat. Die ja aber auch wieder von Menschen irgendwo verlebt wird. Und wenn du denkst, wie geht das, wie kann ein Gläubigerverein, ein Gläubigerverein, wie kann der so mächtig werden? Weil offenbar der Zeitgeist, dem ich eh alles in die Schuhe schiebe, der Zeitgeist das so getan hat. Okay, das ist ein Faktor. Genau. Dann brauche ich keinem mehr die Schuld geben, sondern kann ich nur versuchen zu verstehen, ja warum hat er das getan, wie war das möglich und was manifestiert sich da? Weil letztendlich ist für mich der Papst, deswegen habe ich den auch abonniert auf YouTube, der Papst nichts anderes als eine menschlich-materielle Erscheinung vom großen Geist, der seine Rolle zum spielen hat. Also würde ich es dem Papst nicht geben, völlert was. Weil jeder Mensch in seinem Wesen ja einen inneren, spirituellen Chef hat, quasi. Mhm. So den inneren, spirituellen Beweisführer vielleicht, ja, am runden Tisch. Und das muss sich im Kollektiv dadurch manifestieren, dass einer im Außen die Rolle spielt. Ich verstehe schon, was du meinst, ne? So gesehen tragt er ein richtig großes Los, weil er als menschlicher Geist von alles, als ein Tröpfchen, der ist, der quasi alle anderen unter sich zusammensammeln muss. als spiritueller Chef. Und wie das geht? Es geht dann über geheime Bünde, Verschwörungen, Intrigen, Inquisitionen, Auslöschungen von anderen Sachen durch. Die Jesuiten haben das vorbereitet. Aha. Aber nicht weil irgendeiner einen besseren Plan hat, sondern weil es einen großen Plan gibt. Ich verstehe schon, ja. Was der Heilige Geist in sich einfach macht. Und so hat er sich, das möchte ich noch schnell fertig sagen. Ja, bitte. So hat er sich offensichtlich, bevor er jetzt im Kollektiv munter wird, hat er sich vorher zur Sicherheit an die Leine gelegt. Das haben wir immer wieder schon gehört, ja? Der Bund im Außen oder der Bund im Innen, aber niemals nicht, ne? Niemals nicht. Genau. Und jetzt wird der Bund sichtbar, sprich der Mensch kriegt jetzt gespiegelt, wie gefangen er tatsächlich ist. Nämlich, dass er einen Kreis rund um sich hat, aus dem er sich nicht rausbewegen darf. Der mag sein, 15 Kilometer in Deutschland, wo es mit Corona und die Kinder haben im Kindergarten einen Kreis in der Pause am Hofzeichen gekriegt, in dem es sein dürfen. Oder in Parks? Corona. Und die Corona heißt ja der Kranz. Genau. Die Umrundung. Das ist das. Das ist das Christusbewusstsein, das da zum Vorschein kommt. Und jetzt ist die Zeit, wo diese Maske letztendlich fallen wird. Und wir alle haben nur die Schriften und die alten Erzählungen, wo drinnen steht, was wahrscheinlich passieren wird. Weil sonst würden wir diese alten Geschichten nicht kennen, dann würden wir jetzt ja voll im Dunkeln umeinander tappen und sagen, was passiert auf dem Planeten. Spinnen die alle. Und so kann man sich festhalten auf ein nächstes Ereignis, das dort anheißen wird. Ich habe es in einem Lied geschrieben, die ganze Welt ist am Grenzen. Der Ratschluss mit Gott. Das Paradies oder wie man es halt nennen will. Ja. Der göttliche Tag. Das Reich Gottes. Dritte Zelle Vaterunser. Das steht offenbar vor der Tür. Wo man aber gesagt hat, das wird nicht kommen, indem man sagt, siehe da oder siehe dort. Sondern sehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hat Jesus gesagt. Ja genau. Das heißt, das ist ja, wovon du sprichst, das ist ja immer schon da gewesen. Nur wir haben nicht mehr, wir haben gelernt zu sehen, dass es da ist. Ja. Das kann man dann mit dem Beispiel vom Schlaf- oder Schlafmodus so erklären, dass man sagt, ja, das Wohnzimmer natürlich, oder nicht das Wohnzimmer, sagen wir, der Garten. Der Garten war immer da. Auch in der Nacht. Du warst nur nicht draußen, weil du hast geschlafen. Mhm. Der Garten war nie nicht da. Geh raus in den Garten. Du kannst auch in der Nacht in den Garten gehen. Dann bist du kurz einmal erleuchtet und alle anderen fragen sich, wieso schläft du nicht? Aber der Garten war nie nicht da. Und jetzt wird der Garten halt für alle interessant, weil es einfach nicht mehr dunkel ist. Und es ist nicht mehr Zeit zum Schlafen. Jetzt soll es hell sein und jetzt soll dieser göttliche Tag sein dürfen. Das Reich Gottes ist schon da. Natürlich, es war nie nicht da. Aber jetzt wird es sichtbar. Die Sonne hat angefangen zu scheinen und wir sehen, in welchen genialen Garten geistiger Natur jetzt. Kopfgarten. Wir da sind. Und wir können das Reich Gottes schon erleben. Wir brauchen es nicht einmal initiieren oder gestalten. Das ist ja automatisch nie nie da gewesen. Genau. Immer verfügbar. Es hat nicht unser Zutun gebraucht, dass es existiert oder nicht existiert. Es hat unser Vergessen gebraucht, dass wir gedacht haben, wir sind aus dem Paradies oder wir immer nicht vertrieben waren. Im Traum haben wir diesen Garten nicht zur Verfügung gehabt. Wir haben vielleicht von einer betonierten Stadt geträumt. Ich verstehe. Im betragenen Sinn haben wir vom Beton geträumt. Es ist aus unserem Blickfeld, aus unserer Wahrnehmung geblieben. Und jetzt kommt der Punkt, wo der Traum anfängt zu zerplatzen. Die Welt zerfällt und der Garten wird interessant. Weil es ein schönes Wetter ist und alle wollen aussehen und nicht mehr in die Störner drin sein, sondern aussehende Natur. Garteln ist eh voll im Trend. Parallel nämlich, was auch interessant ist, dass die Gartencenter überall voll in die Gartenabteilungen boomen. Gartensendungen, Garteln für Zuhause, Garteln ohne Garten gibt es auch schon. Okay. Die Balkongärten? Stimmt. Und von dem her, das ist alles im Zeitgeist jetzt drinnen und macht für mich im eschatologischen Sinn, ganz nüchtern betrachtet, wieder voll viel Sinn. Ja, das wird das sein. Mhm. Dann lassen wir es weiter geschehen und freuen uns, dass es so glatt abgelaufen ist. Weil immerhin reden wir ja vom sogenannten Weltuntergang. Der künstlichen Welt, ne? Es hat nie eine andere Welt, unter Anführungszeichen, gegeben. Ja. Und du sagst, die neue Weltordnung war dann genau das, was nach dem Weltuntergang passiert. Mhm. Wird verteufelt natürlich von den sogenannten Verschwörungstheoretiker. Aber es ist immer die Frage, wie es gemeint ist. Genau, richtig. Und du sagst, trust the plan, ist genau dieses QAnon-Thema, trust the plan. Das ist genau dasselbe, dass ich sage, wer schreibt den Plan? Ist das jetzt der Plan von irgendein Hansel, von einem Schaf, so wie ich ein Schaf bin? Dann ist es ein uninteressanter Plan. Ist es der große Plan, der morgen in der Früh die Sonne wieder aufgelost und den Mond auf den Glitschen lässt gegen die Sonne, dass ihr das alles verschirbt und so, wenn das der Plan ist, dann ist es dann trust the plan. Dann wird es jetzt hell und Gott, was immer darunter zu verstehen ist, aber das große Ganze wird dafür sorgen, dass alles perfekt ist, wunderbar ist oder wundervoll ist, miraculous ist. Also du lebst nicht mehr in diesem Urvertrauen, also Urvertrauen würde ich jetzt fast gar nicht sagen, aber in diesem Vertrauen, dass alles gut ist, dass es nichts, also dass das, was ansteht, das passiert automatisch, alles was passieren darf, wird passieren. Genau. Genau. Wichtig ist für mich, dass man nicht im Weg steht. Wie hast du dieses Ereignis in Israel da gewertet, als die Palästinenser jetzt vor kurzem wieder Raketen rüber geschossen haben? Da hat es einmal was gegeben. Hat dir das irgendwie besonders angeregt, dass du über die Bedeutung nachdenkst? Ja, so wie über das alles nachdenken, was man uns präsentiert, weil das ja offenbar von Wert zu sein scheint. Oder Netanyahu, der abgetreten ist. Genau, Netanyahu ist weg und so. Das sind ganz mächtige Ereignisse im menschlichen Kollektiv, weil Israel ja jeder ist, in einer gewissen Güte in sich. Und deswegen betrifft uns das auch. Ein Palästinenser, da muss man ja darüber nachdenken, was ist das eigentlich? Was bedeutet der Klang Palästina, Palastina, Palast, das klingt ja schon so königlich und so. Und dass da ein ewiger Konflikt ist, wo der eine gegen den anderen. Und im Fernsehen ist für mich überblieben die biblische Erzählung darüber, dass die Sterne vom Himmel fallen werden. Weil so hat es ausgeschaut. Für mich ist es auch schon wie Feuerwerk aus den Rester. Genau. Und die Sterne vom Himmel fallen ist wie gesagt ein wichtiges Bibelzitat im Zusammenhang mit der Apokalypse. Und das erleben wir ja auf mehreren Ebenen schon parallel, wo unter anderem eben auch so Superstars mit ganz schweren Skandalen oder was auch immer vom Himmel fallen. Wo einfach Stars angeschossen werden die ganze Zeit. Der ist kein Star mehr und der hat den Dreck am Stecken. Und ob das jetzt der Jeffrey Epstein und Konsorten. Und die Korruptionsaffären in der Politik. Genau. Da fallen in der Reihe noch die Sternchen. Kurz genau dasselbe. Es war auch der aufgehende Stern der ÖVP. Ja. Zack. Da fallen die Sterne vom Himmel. Und auf einer eigenen Ebene wieder. Ja, schon klar. Verstehen. Und so war das für mich mit Israel. Dass da dieser Kampf wo Jakob zu Israel wird. Wo Israel immer wichtig ist. Und jetzt quasi Israel vor uns aller Augen eine Namensänderung kriegt. Weil mit Israel bisher das Wort Netanyahu verbunden war. Mhm. Und auf einmal heißt das Bennett. Und bei Ben ist schon der Sohn enthalten. Mhm. Wo ja eh die Menschheit wieder auf dem Menschen Sohn wird. Wo dann vor unsere Augen im großen Kino wahrscheinlich das gerade passiert. Dass aus Jakob Israel wird. Wo die Riesen gegen die Jakob kämpfen muss in dem Märchen. Die Riesen, was auf Englisch heißt Vernunft. Wo der Mensch ja Vernunft regiert ist. In dieser Welt. Wo er gegen diese Vernunft gesiegt hat. Und dann zu Israel wird. Und sich auf Gott verlässt. Weil er sagt Gott streitet für mich. An meiner Seite. Ich brauche mit keinem mehr streiten. Ich habe das abgetreten. Ja. An höhere Kompetenzen. Subsidiaritätsprinzip. Dass ich sage ich habe nur das zu tun was ich zu tun habe. Das mache ich auch. Aber was nicht in meiner aufgeblickt ist. Streiten gehört da nicht dazu. Das passiert auf höherer Ebene. Sollen andere für mich streiten. Und das bleibt in dem Fall bei Gott. Genau. Weil du hast auch ganz am Anfang was gesagt. Wo mit zwei Stichworte gekommen sind. Nämlich dieses freiwillig verpflichtend. Was bringt den Menschen dazu. Dass er eigentlich etwas macht. Was er eigentlich gar nicht machen möchte. Oder wo er freiwillig zu etwas gezwungen wird. Oder angehalten wird. Da kommt mir das Stichwort Angst. In den Kopf. Ja. Und auch das mit Maske. Irgendwo auch assoziiere ich dieses Phänomen mit der Identifizierung des formlosen Bewusstseins. Mit der Form dieser Welt. Mit der Welt der Formen. Dass das formlose Bewusstsein vergisst um seine Unsterblichkeit und ewigen Natur. Und dass du dann eigentlich anfängst Angst zu entwickeln. Weil du dich irgendwo isoliert fühlst als dieses Lebewesen. Diese Dimension der Form fängt überwiegend werden an. Alles übertrumpfend. Und man vergisst um den anderen Aspekt in uns. Der ja keine Form annehmen kann. Sondern ewiges Subjekt eigentlich bleibt. Genau. Diese rastlose Suche des Menschen nach sich selber und so weiter. Die es sind. Ja. Das ist nur so was mir eingefallen ist. Und da wollte ich jetzt fragen. Siehst du das dann so. Im Kontrast zu mir natürlich. Dass jeder Mensch in dem Ausmaß frei leben kann. Oder frei von Angst leben kann. Nein. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Soweit frei ist. Wie er innerlich frei von Angst ist. Und das im Außenwider gespiegelt kriegt. Ja. Und dass das keine Frage ist von wie sehr arbeite ich an meiner Angst. Indem ich mich bewusst konfrontiere. Sondern dass du sagst jetzt fängt der Morgendämmern an. Und je mehr die Sonne kommt desto heller wird das Knäuel. Der schwarze Punkt wo wir sagen. Da schaue ich nicht hin. Ja. Der wird immer kleiner. Immer kleiner. Immer kleiner. Bis der Mensch sieht. Da ist ja nichts mehr. Da freue ich gar keine Angst haben. Meinst du dass das so funktioniert mit der Erfreiung der Menschen. Ja. Das glaube ich. Das glaube ich. Das genau funktioniert. Okay. Und dass man irgendwann erkennen kann. Dass die Angst mit der man sich konfrontiert sieht. Ja letztendlich eh nur die Angst vor einem vermeintlichen Tod ist. Also die Angst vor dem Sterben ist die Basis von jeder Angst. Mhm. Oder könnte man sagen das Ende von jeder Angst. Würde man die Angst in die man blickt zu Ende denken. Ja. Wird man sterben. Genau. Und damit müsste man sich eigentlich nur mit dem Ergebnis konfrontieren und sagen ist es möglich zu sterben als ewiger Geist. Das habe ich genau gemeint. Genau. Durch die Identifizierung mit Form vergisst du um das ewige Leben und glaubst dass du das Vorzeug bist. Nämlich der Körper. Und dann kommt diese Todesangst und Existenzangst. Die uns ja eigentlich alle in dem System drinnen halten. Du identifizierst dich mit deinem Auto. Genau. Genau. Und wenn der Auto Schrauben hat glaubst du dass du das bist. Genau. Und da sind wir bei dem Punkt. Die Ewigkeit hat das nicht. Die Ewigkeit atmet einfach dahin im ewigen Moment. Und hat auch jetzt nicht mehr das Gefühl was ist heute für ein Tag. Das ist ja auch so im Zeitgeist ein bisschen zum Erkennen gerade. Genau. Das ist das Zeitgefühl was du. Oder die Beschleunigung von Zeit seit 2012 ungefähr. Ja. Habe ich beobachtet auch bei mehreren Menschen ja. Ja. Also bin ich wieder voll im Vertrauen dass es tatsächlich das ist was ich seit längerer Zeit schon sage. Und kann mich zurückleihen in dem Vertrauen darauf dass jetzt der Punkt gekommen ist wo die Eier schlüpfen anfangen. Ja. Ja. Das ist ja ausgebrütet. Und jetzt ja nicht von außen drauf hauen. Das ist richtig ja. Ja nicht von außen drauf hauen. Lass von innen aufknacksen. Es wird alles gut. Kann sein dass vielleicht noch ein Küken nicht kommt. Aber das wirst du auch nicht retten was du von außen drauf hast. Der Schloss bringt es mal dazu. Ich glaube es kommt gerade ein Küken. Ich glaube es kommt gerade ein Küken. Wird das manchmal verglichen mit einem Blindrace beim Pokern. Was dass jetzt der Druck erhöht wird um die Dringlichkeit zum Aufwachen. Ja. Jetzt unterbrechen wir gleich. Gut. Danke dabei. Danke. Baba der Wall. Kurzer Schnitt. Oh ja. Da sind wir wieder. Servus. Grüß dich gut. Wir haben gesagt wir machen kein Video mehr. Das ist schon wieder eins. Ja aber das ist nur weil es ohne Bild fahrt ist und wir reden aber so gescheit daher. Und jetzt könnt ihr uns wieder ein wenig zuschauen beim gescheit daher reden. Genau. Gibt es noch was zum klären? Na ja. Auf alle Fälle weil sonst verraten wir ja schon in eigenem Zeitgeist nicht. Genau. Wir haben schon über so viel geredet aber es sind sicher noch ein paar Sachen offen. Bist du schon auf Dings? Ich bin schon längst auf Dings ja. Nicht dass sie ein Stopp druckt. Nein nein das kann sie nicht aber vielleicht habe ich es mit den Haxen. Aber ich werde das dann so halten. Genau. Ja. Also wir haben ja beide schon festgestellt wieder einmal dass die besten Gespräche immer abseits der Kamera und abseits der Tonaufnahme erfolgen. Das ist wirklich verhext. Wie verhext das Ganze. Ich wollte ja eigentlich, ich bin ja ohne Konzept heute zu dir gekommen. Weil ich eigentlich gar nicht vorgekommen habe mit dir ein Video zu machen. Und trotzdem sind mir wieder einmal Fragen eingefallen die mir vielleicht wichtig erscheinen. Die drei Hauptüberschriften würde ich sagen Corona sowieso. Wie ist es dir mit dem Thema gegangen seit unserem letzten Treffen. Dann hätte ich das Thema Liebe beziehungsweise Schmerz, Schuld, Angst, Scham. Und natürlich auch was dich persönlich betrifft ein paar Fragen. Wenn es mir gelingt dich wieder richtig am Nerv zu treffen. Kann man nicht zu sehr abschweifen. Genau. Es ist ja es ist sehr viel schon gesagt von in den letzten Videos. Und ich versuche immer die Realitätswelt des Zuschauers zu berühren. So dass er irgendwas damit anfangen kann. Natürlich gibt es so verschiedenste Ebenen. Ja, aber es geht dann oft schnell ab in so philosophische Ecken und Klänge. Wo dann der Einzelne sagt, über was reden die da. Aber das soll es nicht sein. Wir werden versuchen sehr geerdet und weltlich über die Dinge zu reden. Würde ich mich sehr freuen drüber. Ja. Ja. Das sei einmal vorweg gesagt. Genau. So. Also, was wir beide auch festgestellt haben ist, dass wir uns einig sind, dass irgendwas passiert gerade in dieser Zeit. Ja, das wird wohl keiner leugnen, dass irgendwas passiert. Was sehr markant ist, was fast niemandem mehr verborgen bleibt. Nur wir sind uns über die Interpretation dieser Ereignisse noch nicht ganz so einig. beziehungsweise ist dein Zugang, dass du im Großen und Ganzen sagst, es ist jetzt die große Götterdämmerung, das große Erwachen. Und ich bin eher der Ansicht, dass, wie der Wagern gesagt hat, die Bühne einfach nur umgebaut wird. Das heißt, es ist eine große Perestroika, ein Umbau, weil einfach die alten Mechanismen nicht mehr ziehen und wir offenbar für diejenigen, die noch schlafen, neue Konzepte brauchen, neue Regeln brauchen, neue Beschränkungen brauchen, damit der Schraubstock wieder enger Draht wird, damit auch die zum Handkos kommen und immer mal sagen, mir reicht es, ich möchte halt aufwachen. Die Watschen, die Berühmten. Ich würde mich mal interessieren, wie die Zuschauer zu Hause dieses Corona-Thema erleben in ihrem privaten Alltag. Das ist dann die Frage, die ich an dich auch stelle. Ja. Wie geht es denn hier um mit diesen MNS-Maskenpflicht im Supermarkt? Tragt sie die Maske gerne oder widerwillig oder so wie der Joe es einmal gesagt hat, in Würde? Oder habt ihr vielleicht eine Hintertür, dass ihr zum Beispiel Befreiungen euch organisiert habt von Ärzten? Oder geht es sogar ohne Maske einkaufen? Nehmt ihr den Virus ernst, die Bedrohung ernst? Oder habt ihr vielleicht Angst vor der Hysterie der anderen Menschen, die das nicht verstehen können? Warum Menschen anders denken? Das würde mich mal wirklich interessieren, wie das der Arzne zu Hause eigentlich wahrnimmt. Weil dort holt man ja dann eigentlich ab, wo er sich gerade befindet. Ja. Bitte Kommentare. Ja. Und auch die Impfung. Jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo es um die Impfung geht, wo ein großer Teil schon geimpft ist. Dann diese Registrierung, wenn du in August aus gehst. Also es werden eigentlich, wir sagen jetzt bei der Privilegienimpfung, dass du erst reisen darfst und so weiter, wenn du die Impfung hast oder wenn du dich testen lässt und negativ bist. Ähm. Ja. Die Frage ist eigentlich, die Zentrale, tut man das, was man tut, gern? Glaube ich mal. Dass das ein ganz wichtiger Ausgangspunkt ist, um herauszufinden, ob ich eigentlich das tue, was ich will. Genau. Tue ich das, was ich will und will ich das, was ich tue. Und dann habe ich auch schon Leute gehört, die einfach gesagt haben, ja, für meine Konzerte, die ich wieder gehen will, für die Reisen, die ich machen will, unterwirfe ich mich wieder diesen neuen... Bin ich bereit, mich vergewaltigen zu lassen. ...unterpressen zu lassen, genau. Ja. Wie hast du das in deinem Alltag erlebt, wenn ich dich mal so salopp fragen darf? Ja, also aus meiner Sicht ist ja diese ganze Corona-Geschichte nichts anderes als das Erwachen, das schließliche Erwachen der Massen. Das höre ich zum Beispiel, wenn es heißt Massentests, Massenimpfungen, dann ist die Masse betroffen und dann wurde das zuerst getestet, ob es eh alles passt. Ich habe lange schon gesagt, dass dieses Fiebermessen, was man uns ganz am Anfang von dieser Krise zeigt hat, Fiebermessen übers dritte Auge, übers sogenannte dritte Auge, dass das eine Symbolik ist für Peng, du bist aufgewacht, öffne dein Auge, Schuss, pfff, und so. Da schießt der Heilige Geist, schießt sich, was ist selber, im Spiegel schießt er sich selber das Auge auf und sagt, jetzt ist Zeit zum Auge aufmachen. Oder diese Stäbchentests durch die Nasen, das ist für mich eine Blüte, das habe ich irgendwann einmal gesehen in der Schule, dass die Ägypter, wenn sie die Mumien mumifiziert haben, dass sie ihnen vorher das Hirn aus der Nasen gezogen haben. Und das ist genau so die Symbolik, das Hirn aus der Nasen ziehen, das alte Denken, Abstreifen, der Wilhelm Tell hat den Apfel abgeschossen vom Kind, das ist auch dieses vergiftete Apfelprinzip vom Schneewittchen, weg mit dem falschen Apfel, weg mit der vergifteten Sphäre, und dann kommt das Neue und die Auferstehung der Toten, was ja mit den Mumien genau erreicht werden. Klobepierkauf und so weiter. Klobepierkauf zum Einwickeln und so, für die Auferstehung. Und aus der Perspektive betrachtet, habe ich natürlich diesen Corona-Effekt da mit beobachtet. Also nicht im Widerstand oder was, sondern eher aus Neugier zu sehen, wie geht das jetzt. Weil das Thema Maske ist ja mein Thema. Nur eben auf einer anderen Ebene gewesen vorher, wo ich als Geist sage, ich bin nicht meine Person, ich bin der Mensch. Dass da eine Trennung passiert, die juristisch eh bekannt ist, aber die halt keiner klebt hat. Oder die keiner gesucht hat, keine Ahnung. Genau. Und so kommt das Thema Maske, wie bei Luke Skywalker, wo am Schluss der Kampf gegen die Maske passiert, mit Lichtschwertern. Das Lichtschwert in dem Zusammenhang sehe ich hier als Wortgefecht, wo zwei Argumente aufeinandertreffen. Die Vernunft oder so. Die eine Lebenswelt und die andere. Sagen wir zwei Egos. Zwei Egos. Die kämpfen da und das heißt entweder Fernsehdiskussion oder es heißt privates Streitgespräch. Oder man diskutiert halt einfach. Jeder wirft seine Expertise auf den Tisch. Egal ob es eine Meinung ist oder eine Seinung oder eine Verwirrung. Egal. Jeder kämpft um seine Meinung. Und am Schluss wird die Maske zu dir sagen, ich bin dein Vater. Und aus der Perspektive schaue ich mir das an. Das ist versöhnt mit allem. Bei Gott, wenn es zu wüsst, aufgefahren in den Himmel, sitzt zu Rechten Gottes. Da platziere ich mich jetzt im Geiste hin und schaue mir an, wie der Rest der Welt auf der einen Seite zerfällt und auf der anderen Seite erwacht. Und quasi damit das alte zurückgelassen und das neue Anfang zum Leben. Ja, so habe ich das erlebt. Sehr spannend für mich. Hast du dich eigentlich testen lassen jemals? Nein. Ich bin ja vielfach getestet worden auf ganz einer anderen Ebene. Ich weiß schon. Weißt du was ich meine? Ja natürlich. Durch deine Auftritte, öffentlichen Auftritte, durch dein Handeln. Man hat dich beobachtet. Du tust irgendwas und daraus folgt eine Konsequenz. Und wenn du dich mit etwas anlegst, was herrscht, dann wirst du Konsequenzen haben. Da kommt irgendwer und sagt, das ist aber nicht ausgemacht. Zack. Und dann musst du bestehen. Wie argumentierst du das? Bist du im Kampf? Bist du im Widerstand? Oder bist du in der Vorschrift? Das war quasi mein Glücksfall, dass ich das so erleben habe dürfen, dass ich mich genau auch noch die Vorschriften orientiert habe. Was ist da definiert? Und da ist quasi der Ausgang aus dem Labyrinth vorgeschrieben. Die Voraussetzung ist, du bist ein guter Mensch. Du bist der Beste, der es gerade sein kann. In Liebe zu allem, weil du erkennst, dass das, gegen was du vermeintlich kämpfst, nichts anderes ist als du selber. Wenn das aufhört, löst sich das alles auf. Und das heißt dann, das Reich Gottes. Das ist mehr ein Zustand als ein Ortschaft. Das können wir ganz kurz schneiden. Ja. Weil ich muss ganz kurz mich entspannen. Also im Sinne von durchatmen. Kurz durchatmen. Weil die Katze tut das auch gern mit dem Katzenbubbel. Ich schaue schon mal, ob man eh noch aufhört. Ja, bitte. Cool, weil oft ist es ja so, dass er auf einmal aufhört. Nein, wäre super da. Neun Minuten sind. Es tut mir leid, aber ab und zu habe ich die Verspannung im Rücken. Dann kann ich nicht schon durchatmen. Kann man nicht denken. Naja, genau. Aber du bist ja gerne gereist. Du hast ja immer wieder gesagt, Hey Christian, ich bin gerade in Gran Canaria mit meiner Mutter. Ja, genau. Würdest du für dieses Privileg, reisen zu dürfen, dich einer Maske oder einer Impfung unterwerfen? Nein. Nein. Aber das hat sich bei mir anders ausgewirkt seinerzeit. Nämlich, wenn ich jetzt diese acht oder neun Jahre zurückdenke, habe ich das ja alles schon erlebt auf einer gewissen Ebene. Dass man mich ausgeschlossen hat, dass ich mich selber ausgeschlossen habe, aus gewissen Privilegien, weil ich darauf verzichtet habe. Und da hat auch Fliegen dazugehört. Ich war lange der Meinung, ich darf in keinen Flieger steigen, weil da besteht die Möglichkeit, dass mir der Geheimdienst... Wirklich wahr? Ja, solche Gedanken waren ganz am Anfang da. Und man hat es ja jetzt gesehen mit dem weißrussischen Oppositionellen. Also solche Sachen passieren ja. Und das war damals in meiner Paranoia. Was kommt alles passieren mit mir? Will ich was riskieren oder nicht? Habe ich entschlossen, nicht eine Vorlage zu fliegen, weil was tue ich in einem Flugzeug gerade? Das scheint auf einer Liste auf, da steht dann der Name und dann haben sie mich schon so oft. Ich verstehe dich, okay. Genau. Also habe ich damals freiwillig verzichtet, aufzufliegen. Aha. Wie schön. Aufzufliegen. Ich habe verzichtet, aufzufliegen. Genau. Gut gesagt. Und das erleben die Menschen jetzt im Kollektiv. Genau dasselbe, was mir passiert ist quasi, auf einer anderen Ebene betrachtet. So gesehen würde ich das heute nicht, ich würde mich nicht Körper verletzen lassen, damit ich irgendwo in einem Flieger steigen kann. Da verzichte ich drauf. Kann ich verzichten. Und das Schöne ist, dass es jetzt interessant wird, zu beobachten, was alles nicht geht, wenn du nicht diese Erlaubnis quasi hast. Wo ich gesagt habe, in der Welt ist alles verboten, außer du darfst das. Genau. Das heißt, die Privilegien dieser Welt kommen gerade zum Vorschein. Was darfst du alles nicht tun? Du darfst nicht in kein Wirtshaus gehen, das gehört auch von wozu der Welt dazu. Du darfst auf ein Konzert gehen. Einkaufen? Einkaufen darfst. Ohne Maske zumindest. Ja, aber der Händler hat ja einen Versorgungsauftrag. Schon, aber wir wissen von... Händen und Dings und Händen oder nicht, aber der Einkaufen hast du immer dürfen. Oder O-Bahn fahren zum Beispiel. Du darfst nicht in den Baumarkt dürfen. Ja, genau. Du darfst nicht in kein Schwimbecken gehen. Du darfst nicht Tennis spielen. Du darfst nicht Skifahren gehen. Lauter solche Sachen, die beim System einregistriert wurden. Okay. Das heißt, wenn du im System registriert bist, als Unternehmer, dann bist du ja nicht mehr der Wirt, sondern dann bist du, wie Krakenhofft, eine Verlängerung des Prinzips Österreich. Da besteht nicht mehr Österreich aus lauter Wirtshäuser, sondern dann ist das Wirtshaus schon ein österreichisches Prinzip. Du hast ja nicht daheim mehr als sechs Personen oder zehn Personen. Ja, genau. Wo sind wir denn? Richtig. Wo gleichzeitig an die Oberfläche kommt, dass das viel zu weit geht. Also, dass schon die Grenze des Ertragbaren eigentlich überschritten ist. Wo regelt es denn ihr da überall ein? Ist halt eine Extra-Einladung an die Leute, die freiwillig nicht aufwachen wollen, dass du sagst, ich gebe euch einen Motivationsschub. Genau, genau. Für jeden, der noch nicht aufmerksam ist, spätestens jetzt schaut er hin. Und spätestens, wenn es um die Kinder geht, schauen sie hin. Was heißt, jetzt müssen sie Kinder impfen? Hier spinnt sie ja alle. Was ist leicht los? Ja, das Erwachen hat begonnen. Guten Morgen. Das ist so die Floskel, die dazu passt. Da merkt man sehr schön aus, wie wir eigentlich nicht Sklaven des Staates sind, sondern Sklaven unserer Begierden. Und wenn wir unsere Wünsche nicht zurückstecken und uns bereitwillig unterwerfen, dann haben wir uns ja freiwillig in eine noch größere Versklavung hineinbegeben. Also da sieht man schon die Freiwilligkeit auch sehr stark heraus. Wir reden von einem Vergnügungspark. Ja. Ein Vergnügungspark, der aus Privilegien besteht, weil jeder sie verkauft hat an dieses Privilegien-System. Aber freiwillig? Aber irgendwo freiwillig. Es weiß halt keiner, wo die Freiwilligkeit angefangen hat. Naja, eben dort, wo es heißt, du gastst nur mit Registrierung oder mit Test oder was auch immer, dann sage ich ja, ich verzichte halt drauf. Aber wer will halt schon gern verzichten in der Welt? Genau. Aber der Verzicht ist halt das, auf was es jetzt gerade ankommt. Und das haben die Menschen auch freiwillig oder unfreiwillig erfahren dürfen, das verzichten müssen. Dass diese Privilegien quasi nicht jedem zur Verfügung stehen automatisch, sondern da muss man schon verzichten können. Die Zeit der Entbehrungen hast du jetzt im Zusammenhang mit der Auferstehung, wo das Volk Gottes durch die Wüste geht. Ja. Und diese Wüste mit der 40 dabei im Hinterkopf, wo Moses, Noah, Jesus, überall einen 40er in der Wüste dabei haben, dass dieser 40er ja Quaranta heißt auf Spanisch oder Italienisch. Quarantäne, ja. Quarantäne. Also 40, das war jetzt das, wo die Menschheit durch den 40er geht, durch die Quarantäne, global. Jeder war mit Quarantäne konfrontiert irgendwo. Und nach der Quarantäne, also wenn die 40 hinter uns liegt, dann öffnet sich quasi diese Sesam öffne dich. Die 40 Räuber sind hinter mir. Sesam öffne dich und das Himmelreich wird kommen. So interpretiere ich das nach wie vor. Und, äh, ja. Wolltest du noch was zu sagen? Ich will dich nicht unterbrechen, weil ich hätte schon wieder die nächste Frage geflogen. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber das ist mir jetzt im Zusammenhang mit den 40 Räuber. Du merkst, wie es mir jetzt geht manchmal wie mit dir. Ja, ja. Deswegen habe ich meine Zettel, weil da irgendwann mal gesagt hat, Schau, der Show lacht dir aus mit so vielen Zetteln, was du hast. Ja, den brauchst du, wenn du mit den Show redest. Ja, ja, ja. Den brauchst du selber schon. Genau. Das wollte ich noch sagen. Ja, sieh, jetzt geht's wieder. Danke für die Übergangsmoderation. Bitte. Nein, es steht irgendwo geschrieben, dass erst eher geht das Kamel durchs Nadelöhr, als dass er reicher ins Himmel reicht. Genau, ja. Und dieser Vergleich ist jetzt gerade voll passend, weil das Kamel zeigt man uns im Fernsehen mit dieser Kurve von Corona. Mhm. Das sind zwar die zwei Höcker, witzigerweise trotz drei Wellen, aber es sind zwei Höcker, die sonst zahlen. Die Infizierten zahlen oder was meinst du jetzt? Ja. Diese Tagesinzidenz soll ich daher zahlen. Okay. Genau. Das ist der Höcker vom Kamel und mit der Wüste gemeinsam ist dieser Indiz dafür, dass jetzt auch die Pharisäer und die Reichen ins Himmelreich kommen werden, weil keiner wird zurückgelassen. Das ist die Botschaft, die über dem Ströber schwebt nur mit Hashtag keiner wird zurückgelassen. Also es passt alles zusammen, dass diese eschatologische Sicht der Ereignisse auf dem Planeten für mich nach wie vor am meisten Sinn machen. Ich kenne ja auch ganz viele andere Theorien. Ja. Das ist eh so diese Verschwörungen und Dings, was alles sein kommt. Aber für mich ist das nichts anderes als der große Plan, der sich erfüllt, wo die Menschheit aus ihrem halb-ewigkeitlichen Schlaf jetzt das Auge öffnet. Zuerst einmal einzeln, aber schlussendlich kollektiv. Ja. Das sehe ich auch so, dass es etwas Positives hat. Und ich glaube, das Positive an etwas scheinbar Negativen kann man nur sehen, wenn man die Perspektive auch richtig adjustiert. Und das sollte eigentlich der Aufruf an jeden sein, der sich Sorgen macht, Angst hat oder irgendwie etwas Negatives drin sieht, dass er vielleicht falsch getrimmt ist mit seiner Perspektive. Entschuldigung, da fällt mir gerade das Beispiel. Ja bitte. Dass man den Surfer tröstet damit, dass man sagt, siehst du aus der Sicht vom Haifisch. Wie denn nochmal? Der Surfer hat ein Surfbrett und der Haifisch kommt. Und du sagst zum Surfer, du musst es aus der Sicht vom Haifisch sehen. Ach so, man sieht es aus der Sicht vom Haifisch. Ja, man sieht es aus der Sicht vom Haifisch. Opfere dich. Ja, sagen wir mal vom großen Ganzen her. Ja, wenn du es nicht ändern kannst, opfere dich. Aber das klingt jetzt ein bisschen Dings. Nein, weil viele Leute habe ich gehört, die sagen, Corona spaltet die Gesellschaft und die denken, nein, ich habe das nicht begriffen. Die Spaltung war immer schon da, aber so deutlich, wie sie jetzt an das Tageslicht tritt, das war noch nie der Fall. Sie wird sichtbar. Für mich war das seit meinem 12., 13. Lebensjahr bereits spürbar und sichtbar. Und habe ich damals mit 19, 20 mit jemandem über das reden wollen, hat auch jeder mit einem Vogel geteilt und gesagt, was wüsst du, wir haben ja eine Wahlstandsgesellschaft, soziales Netz und so. Und dabei habe ich aber immer diese Lieblosigkeit, diese Gewaltbereitschaft, dieses Denunziantentum spürt, dass wir uns seit 1945 überhaupt nicht oder vorher schon nicht weiterentwickelt haben, nur das war nie so sichtbar wie jetzt. Und ich bin dem so dankbar, weil dadurch kann das in die Heilung gehen. Weil wenn wir das Licht der Welt sind und jetzt unser Licht darauf scheinen lassen können, dazu muss es aber auch eine Bereitschaft geben, hinzuschauen. Ich würde sagen, das Sichtbarwerden ist ja schon das Sichtbarwerden der Heilung. Ist schon richtig. Dass man gar nicht sagt, das kann jetzt in die Heilung gehen, sondern wenn es sichtbar wird, ist es schon auf dem Weg in die Heilung. Aber was die Heilung ist immer erst dann, wenn man das Ereignis einordnen kann, positiv, und nicht aus dem Ereignis, aus einer Ruhe gerissen wird und in Angst verfolgt oder in Feindbildern und gegenseitiges. Weil das ist dann wieder das Fortsetzen des alten Musters. Es ist ein Schritt, glaube ich, eine große Hilfe. Aber die Heilung ist es erst, wenn du das Ereignis einzuordnen weißt, dass du sagst, alles ist gut, wie können das jetzt da reinpassen? Und das geht halt am besten dadurch, wenn du dich vorher schon ein bisschen beschäftigt hast und deine Hausaufgaben gemacht hast. Und das haben halt die meisten nicht, weil sie beschäftigt sind, weil sie den Sinn nicht sehen. Sie sagen, was soll ich mich damit beschäftigen? Oder ich bin ein kleines Zahnrädchen, ein Ohnmächtiges. Was soll ich mich damit auseinandersetzen? Und das ist dann natürlich, wenn es dann akut wird, problematisch, weil du dann anfängst, hysterisch zu werden oder inadäquat zu handeln. Jetzt ist eh jeder damit konfrontiert. Von dem her, muss sich jeder auseinandersetzen, genau. Ja, wegen dem Einkauf mit der Maske hätte ich dich noch gerne gefragt. Wie hast du das gehandhabt die letzten Monate? Bist du da jetzt immer mit Würde einkaufen gegangen? Hast du das fortgeführt oder hast du einmal ohne Maske eingekauft? Ich variiere da. Wenn ich zur Tankstelle einige zahlen, habe ich keine Masken auf. Aber im Supermarkt? Im Supermarkt, wenn ich durchgehe und tatsächlich einkaufe. Weil da bezahle ich ja nur. Da habe ich ja schon draußen das Auto angetanke und dann zahle ich nur. Ich verstehe schon, ja. Das ist was anderes. Und so interpretiere ich das, ich bleibe da im Hinterkopf biblisch, dass ich aus der Offenbarung auslasse, es kommt die Zeit, in der du ohne das Zeichen des Tieres, das Mahlzeichen, nichts kaufen oder verkaufen kannst. Und da ich das Mahlzeichen als X übertragen auf den Namen, übertragen auf die natürliche Person, auf die Maske. Und dann sind wir genau beim Symbol für das Mahlzeichen. Das ist eben die Persona, die du da symbolisierst mit der Maske. Du kannst ohne dieses Ding nichts kaufen und verkaufen, weil das ein Rechtsgeschäft ist. Und in dieser fiktiven Geschichte muss jeder, der teilnimmt am Rechtsgeschäft, muss natürlich registriert sein, muss in seiner Person sein. Er kann nicht als freies Wesen da Geldgeschäfte machen, weil im Spiel alles ein Nullsummenspiel sein soll. Und jeder muss wissen, wo das Geld hinkommt. Das kommt eh gerade aus zum Vorschein. Und aus dieser Sicht ausser trage ich diese Maske in der Beobachtung, dass jetzt die Zeit ist, wo zum Vorschein kommt oder ans Tageslicht kommt. Ich will nicht, da wird das Wort Fahrschein in den Mund nehmen. Okay. Wo zum Vorschein kommt. Ach so, Fahrschein. Halt, Vorscheinkontrolle bitte. Dass du ohne dieses Mahlzeichen nichts kaufen und verkaufen kannst. Das ist die Apokalypse. Das ist biblisch. Und dagegen wehre ich mich nicht. Wenn es biblisch ist, dann ziehe ich den Hut und sage, da habe ich Respekt. Aber man muss ja nicht wehren. Man kann ja im Bewusstsein, dass ich kein Verbrechen mache, auch ohne Maske in Liebe einkaufen gehen und dadurch auch keinen Konflikt erzeugen. Es kommt ja darauf an, in welcher Qualität mache ich es und nicht, was ich mache. Ich kann in Liebe mit der Maske einkaufen gehen. Ich kann mit Widerstand mit der Maske einkaufen gehen. Und ich kann in Liebe auch ohne Maske einkaufen gehen. Aber auch mit Widerstand ohne Maske. Und ich glaube, es kommt nicht darauf an, ob du eine Maske hast oder nicht. Es kommt darauf an, ob du es widerstandsfrei machst, in Liebe machst oder nicht. Weißt du, das sind eigentlich meine Worte übertragen auf meine Vorträge, wo ich sage, hey, ohne Person kann Gefahr für wen sein. Der Freeman, du hast jetzt quasi aus einer anderen Ebene als Staatsverweigerer zu mir gesprochen, und hast Freeman-Argumente gebracht, indem du sagst, hey, wir brauchen die Masken nicht, weil ich bin ja liebevoll, von mir geht keine Bedrohung aus. Und denkst, würde das die Person sein, die Masken? Hast du genau dasselbe gesagt wie ich? Lass uns einfach in Liebe, Respekt zueinander, miteinander Geschäfte machen. Keiner bescheiß den anderen. Du brauchst dich vor mir nicht fürchten, ich fürchte mich vor dir nicht. Das ist das. Also bist du jetzt quasi Teil des Movements der Staatsverweigerung auf einer neuen Qualitätsebene. Ich verstehe. Nicht mehr im juristischen Sinn argumentieren mit Papierterrorismus und schreiben, sondern jetzt sind wir schon im Handel. Aber dieses ohne Schaden halten funktioniert ja nur, wenn ich dich als eine Erweiterung meines Selbst erkenne und nicht als getränktes Wesen, das über den Tisch zieht mich halt. Weil ich in der Liebe erkenne, wenn ich dir schade, dann schade ich mir genau gleichzeitig. Also in der göttlichen Welt passiert ja eigentlich alles gleichzeitig. Schade ich dir, schade ich automatisch mir. Oder wenn ich dir gebe, nehme ich automatisch geben und nehme es dann in der göttlichen Welt, wie alles in der Welt ist, eins in der göttlichen. Ja, da ist sowieso wurscht. Da braucht man eigentlich nur an dieses Bewusstsein kommen, in diese Perspektive. Jetzt ist aber die Frage, du ziehst die Maske trotzdem auf. Du glaubst nicht an ein Virus, an seine Gefährlichkeit zumindest, dass du jetzt angesteckt wirst. Ja, das Prinzip ist mir überhaupt fremd. Du hast, glaube ich, einmal gesagt, dass du den anderen nicht provozieren willst oder so, wenn du die Masken nicht drauf hättest? Ja, ich spüre für mich, dass ich aus der Zeit der Diskussionen draußen bin. Okay, aber du klebst ja kein Pflaster auf die Hand, wenn du keine Wunden hast. Jetzt ziehst du aber Masken auf, obwohl du ohne Masken eigentlich einkaufen würdest. Ja, ich tue mir meistens nicht einmal Pflaster drauf an, wenn ich eine Wunden habe. Aber jetzt von der Maske her, deswegen ist es wirklich so, dass der große kollektive Geist, an dem ich ja teilnehme, sobald ich einkaufen gehe. Sobald ich einkaufen gehe, gehe ich ja quasi nach Österreich. Wenn ich sage, ich bin ja gar nicht in Österreich, ich bin ja eigentlich in Erlösterreich, auch uns wurscht ist, aber die anderen Menschen spielen da Österreich. Ja. Und wenn ich jetzt einkaufen gehe will, dann kann ich nicht in Österreich einkaufen, weil jeder in Österreich registriert ist. Das ist mir schon bewusst. Und von dem her muss ich aus Respekt des biblischen Geschehens, des Erwachens, der Symbolik im Geist, wie es passiert, er nimmt die Masken. Und wer einem das abnimmt, hat er es vor dem Gesicht. Das ist ja voll das Ding, jetzt hat er es vor dem Gesicht. Der Geist nimmt die Maske ab, das dauert eine Zeit. Und dann wird er so am Tisch legen und sagen, so, jetzt bin ich aber aufgewacht. Und ich verstehe, was das war. Das war ein Sicherheitsmoment, so etwas wie ein explosionsverhinderndes Prinzip für meine Kapsel, das Fall sich durchtrat beim Aufwachen, dass nichts passiert. Ja, Sicherheitsleine. Christus. Genau. Würdest du jetzt sagen, dass ich jetzt verantwortungslos bin? Nein, du bist ein Staatsverweigerer auf neuer Ebene. Das ist genau dasselbe Prinzip. Dass du ja, wenn du in Österreich einkaufst, sprich in ein Geschäft gehst, und dort keine Person tragst, dann bist du ja eigentlich ein Staatsverweigerer. Weißt, du verzichtest auf deine Person, du gehst als natürliches Wesen da ein und sagst, ich bin ein Mensch, ich brauche das nicht, ich brauche keine Person, keine Maske. Dann kannst du dich bewegen da drinnen. Du erscheinst kurz als Gefahr, als verwirrendes Moment vielleicht. Andere fürchten sich vor dir. Aber du bist nach Österreich gegangen. Du kannst nicht in Österreich einkaufen, weil alle registriert sind. Und von dem her gehe ich nach Österreich und schaue mir das an, wie es gerade passiert. Und brauche dort nicht diskutieren. Ich diskutiere auch nicht. Genau. Und aus Respekt vor diesem biblischen Event sage ich, aha, da sind wir jetzt soweit. Also respektlos, das wollte ich fragen, ob das jetzt respektlos ist in deinen Augen. Weil du sagst, aus Respekt ziehst es du auf. Aus meiner Seite. Nein, es ist jetzt nicht respektlos, weil ich habe es ja auch nicht aus Respekt. Ich mache es ja bewusst. Ich mache es nicht aus einem Protest heraus, sondern ich mache es ja aus einem anderen. Ich habe nicht aus Respektlosigkeit den Freeman. Das weiß ich. Das glaube ich wie es mir alle, weil sonst warst du heute nicht so. Genau die selbe Respektlosigkeit unterstehe ich dir natürlich auch nicht. Das ist nicht Respektlosigkeit, sondern das ist eine gewisse Form von Konfrontation mit einer fiktiven Sperrlinie. Genau. Eine künstliche Sperrlinie. Wo sich der Geist in seiner Ausdehnung aus der Quelle aussah. Und das Bild kann man jetzt bringen, was wir ja gestern an so einem Gespräch außerhalb der Kamera gehabt haben. Oder nein, das mit dem Küken haben wir eh sogar gehabt. Die Eierschale. Nein, ich wollte jetzt auf diese Dings kommen, wo der Unterschied in der Quelle passiert. Wo du entweder von innen aus sprudeln anfängst und merkst, ich bin eigentlich eine Quelle. Oder ob du von außen definiert wirst, durch Druck von außen. Beides ist irgendwie rund. Also wenn du von außen irgendwie ganz viel Gas verteidest, wenn du es komprimierst, komprimierst, dann wird es in einer Hülle, es braucht eine Hülle, wird es in der Hülle irgendwann rund sein. Je nachdem, wie groß der Druck von außen wird. Und dieses Runde ist jeder von uns irgendwie da im Energiefeld. Also eine Kugel in seinem Umfeld. Und die Kirche hat nichts anderes gemacht, als eine Sicherheitskugel rund umlegen von uns. In einer gewissen Art und Weise ein Druck von außen, wo eine Rolle definiert werden kann und modulhaft jeder sich aussuchen kann, was er für eine Karriere macht. Und diese Kapsel von außen, eine Brutkapsel, könnte man es vielleicht nennen, heißt in dem Zusammenhang für mich Christus. In Christus neu geboren. Du bist in dieser Kapsel gefangen und das ist Recht. Du bist im Recht neu geboren. Und darfst beim Vergnügungspark mitspielen. Und wenn diese Quelle von innen lauter, lauter, lauter wird, wird der Druck erstens einmal sichtbar. Sonst wirst du ja vielleicht gar nicht, dass du unter Druck stehst von außen. Jetzt kommt es von innen, will sich ausdehnen, merkt, wieso kann ich da nicht aussehen. Du bist gefangen in Christus. Die Quelle wird sich weiter ausdehnen und wird irgendwann in Liebe den Christus da sprengen. Irgendwann, ja. Du sagst, es kommt mit der Zeit. Ja, genau. Wie schnell ist das Ding da drinnen? Und da haben wir die Diskrepanz auch zwischen uns. Das ist ein wunderbarer Übergang eigentlich. Wobei nach dem Stichwort Quelle Bittsteller oder Quelle Verbraucher, da würde ich auch noch gerne mit dir auf das zum Reden kommen. Diese Umerziehung bzw. diese Ohnmacht durch eine falsche Perspektive, die man dir aufbürdet. Da habe ich ein super Beispiel auch. Aber was ich jetzt, wenn ich das erzählen darf, ich habe das ausprobiert nach unserem letzten Gespräch. Ich habe gesagt, kann ich die Maske in Würde tragen? Und ich habe bei Gott das nicht können. Ich habe da immer diesen Maulkorb vor mir gehabt und gespürt, das ist ein Fremdkörper und das gehört nicht zu mir. Und ich habe auch nicht eingesehen, weil ich keine Angst habe vor dem Virus. Und die einzige Angst war eben vor der Hysterie der anderen Menschen. Und ich habe einfach die Frage gestellt, würde ich ohne Masken einkaufen gehen, wenn keine Gefahr bestünde? Würde ich sagen, ja. Warum tust du das dann nicht? Weil ich Angst habe vor den anderen Kunden oder vor einer Anzeiger oder was auch immer. Und dann habe ich schon gemerkt, aha, da ist ja ein Hinweis, da ist ja eine Angst, da ist ja eine Blockade. Genau das ist die Gefangenschaft, weil du sagst, die Gefangenschaft ist ja auch Angst. Aber es ist nicht die Angst vor einer Krankheit? Nein, es ist Angst, die mich selber einsperrt. Und dann habe ich mir gedacht, nach dem Motto, tue ich, was die Angst macht und die Angst wird sterben. Das habe ich mein ganzes Leben Gott sei Dank immer so beherzigt, dass ich mich meinen Ängsten gestellt und mich konfrontiert habe damit. Und habe dann natürlich mal klein angefangen, indem ich einfach mal in ein Geschäft gegangen bin in Leibniz, in einem Supermarkt und habe mir etwas gekauft. Und das ist unglaublich, ich habe mich beim Einigen gefühlt wie ein Verbrecher. Es ist ein Adrenalinschub, kann man so auf die Art, ein Fluchtmodus, sofort abhauen, wenn es gefährlich wird. Und ich habe mich gewundert, was da eigentlich los ist, weil ich will ja eins, ich will ja was, ich zahle ja dafür, ich mache ja nichts. Und habe aber das dann bewusst wahrgenommen, diesen Schub, diesen Energieschub und der ist dann vergangen. Und dann bin ich ganz ruhig dort hingegangen, habe mich das geholfen, bin zur Kasse und es hat mich niemand angeredet. Und das war mein erster Befreiungsschlag auf dieser Ebene. Das habe ich mir zuliebe machen müssen, weil ich gemerkt habe, also ich war dankbar für diesen Hinweis, weil das hat mir gezeigt, da ist noch Angst, da ist noch irgendwas, wo du eingesperrt bist. Und jeder Mensch hat die Verantwortung, aus seiner Angst auszutreten. Das wird keiner für dich machen können. Du kannst keinen Hund zum Jagen tragen. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn die äußeren Kräfte auf uns einwirken und uns erpressen, weil sie unsere Ängste benutzen und missbrauchen. Und da ist jeder in der Verantwortung, so angstfrei und erpressungsfrei wie möglich zu sein. Und ich habe das genutzt. Und ich muss ehrlich sagen, um das irgendwo kurz um abzurunden, ich habe in Leimitz sehr interessante Gespräche teilweise gehabt, obwohl ich größtenteils in Ruhe gelassen worden bin. Ich habe sogar freundliches Lachen und eigentlich eine Freude wahrgenommen, eine Dankbarkeit, also Harmonie eigentlich. Weil ich halt auch nicht mit dem Widerstand eingegangen bin, sondern ich bin einfach geistig, habe mich vorbereitet und habe einfach alle Szenarien, die passieren könnten, durchgespült. Die schlimmsten Szenarien, dass ich von der Polizei erwischt werde, dass ich einsack werde, dass ich auf den Posten gebracht werde und so weiter. Und dann habe ich versucht, in Frieden zu sein mit dieser Situation und habe einfach irgendwann einmal gesagt, ja gut, dann ist es eben so. Ich stirbe deswegen nicht. Und da habe ich irgendwann meinen Frieden dann finden können und bin dann mit diesem Frieden einkaufen gegangen. Und das war dann nie ein Problem. Ich habe vielleicht vier Prozent, zehn Prozent Interaktionen gehabt und ein Prozent war unangenehm. Und ich habe aber sehr viele Menschen auch helfen können, im Sinne von mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt, eine Mitarbeiterin zum Beispiel, die komplett in einer Zerrissenheit war, weil sie einerseits mir als Kunden nicht unhöflich kommen wollte, auf der anderen Seite aber das Hausrecht von ihrem Arbeitgeber hat müssen irgendwo einhalten, dass sie ausgeschmissen wird. Ich war komplett durch den Wind. Dann habe ich ihre Aussage gut und gesagt, bitte, erstens, lassen Sie sich von Corona keine Angst machen, weil das ist ein Blödsinn. Das ist alles ein übertriebener Schmäh. Lassen Sie sich kein Schulgefühl einreden, weil Sie sind eine Mitarbeiterin. Sie haben keine ärztliche Kompetenz, dass Sie von mir einen Test verlangen dürften wegen einer Maskenbefreiung. Sie haben keine behördliche Kompetenz, mich festnehmen zu dürfen. Sie dürfen mir höchstens anzeigen. Und Sie als Mitarbeiterin haben mich jetzt hingewiesen darauf, dass Maskenpflicht ist. Ich nehme das zur Kenntnis, aber jetzt ist der Ball bei mir. Und wie sie das gespürt hat, dass bei ihr die Schuld wegfällt, die Verantwortung, dass ich sie übernommen habe und gesagt habe, jetzt bin ich schuld. Sie haben alles richtig gemacht. Die war so dankbar. Das hast du richtig gespürt, wie sie aufklärt. Ich meine, es kann jetzt der nächste Chef kommen und sagen, du weißt nicht, wenn so ein Blitzkneiser wieder kommt, ich schmeiße dich trotzdem aus, weil du musst mein Hausrecht schon umsetzen. Ja, ja. Aber das sind dann wieder andere Geschichten. Ja, aber das ist schön, wie du das jetzt erzählt hast. Ich finde das auch sehr schön. Eigentlich hätte es auch ich erzählen können, auf die Zeit der Konfrontation mit dem System, wo ich gesagt habe, ich bin nicht meine Person. Du hast es ja erzählt mit dem Gefängnisoffizier. Genau so. Und auf dieser anderen Ebene wiederum ist das genau das Gleiche, was du gerade erzählt hast. Ich möchte den Menschen helfen, aus ihrer Angst zu kommen, mit einem guten Beispiel und mit einer ruhigen Qualität. Ich möchte die Menschen neugierig machen oder durstig machen nach Freiheit. Es muss ja jeder selber den Weg gehen, aber diese erste Hürde, dieses Gefühl, ich bin nicht allein, da gibt es jemanden, der hat das gemacht und ihm ist nichts passiert. Das möchte ich machen. Ich bin halt ein bisschen ein Pionier auf der Ebene, aber ich nehme das gerne in Kauf, diese ersten Lianen und Buschen von dem Dschungel da einzuschlagen, damit halt hinten wer nachgehen kann. Ich würde mich freuen, wenn das mehrere machen würden oder viele. Weil so viele Polizisten könnten sie gar nicht los schicken, dass sie die Leute festnehmen würden. Aber wenn ich noch kurz fortführe, oder möchte ich etwas dazu sagen? Nein, nein, bitte sag mal. Bei der Post war das Gleiche. Da bin ich einmal angeredet worden, die hat dann gesagt, ich darf sie eigentlich gar nicht bedienen. Sag ich, sie dürfen schon, aber ich verstehe das nicht. Dann hat sie gesagt, ja, ja, tu uns noch weiter. Im Gasthaus bin ich auch drinnen gewesen, habe ich dir erzählt. Da hat er gesagt, ich muss den Wisch ausfüllen am 19. Mai, bis es ihm zu blöd geworden ist. Und er hat dann gesagt, wissen Sie was, trinken Sie einen Kaffee aus? Genau. Also es kommt darauf an, wie verhandelst du? Lass du dir die Bedienungen des Systems aufoktroyieren? Ja. Oder stehst du auf Augenhöhe mit dem System und sagst, ich habe aber auch Bedienungen. Vernünftige Bedienungen. Und ob du schon Zähneflätschen einem gegenüberstehst, dann wird er auch in die Opfer gehen. Weil das ist anmacht eigentlich. Genau, wenn man aber auf menschlicher Ebene miteinander reden kann und denkt, dann kann man das alles ausmachen. Und das auch respektiert, wenn einer sagt, bitte verlassen Sie mein Haus, mit dem musst du auch rechnen. Aber ich war bereit, in dem Moment zum Beispiel einen Kaffee zu zahlen und stehen zu lassen und das Haus zu verlassen. Du musst einfach mit dem Schlimmsten voll auch in Frieden sein. Genau. Dann kann dir nichts mehr passieren. So wie wir mal gesagt haben, wenn der Sklave es in Kauf nimmt, dass der Diener ihm den Schädel abhockt. Gibt es keinen Sklaven mehr. Genau. In dem Moment ist er kein Sklaven. In der Bereitschaft musst du leben. Genau. In dieser bedienungslosen Angstfreiheit und Liebe. Ich war dann in Wien jetzt. Ich komme ja von Wien eigentlich, vom Robert. Ja, genau. Und habe das auch natürlich zum Anlass genommen zum Üben. Ich bin dann auch ohne Maske in die U-Bahn gegangen. Nicht um zu provozieren, sondern einfach in dem Bewusstsein, ich tue nichts Unrechtes. Es gibt diesen Virus nicht. Zumindest nicht in dieser Gefährlichkeit, wie man uns erzählt. Wir mögen jetzt darüber diskutieren oder schreiben. Es gibt schon einen Haufen Menschen, die extrem krank waren. Das ist richtig. Aber da habe ich wieder eine eigene Überlegung. Aber die 40 Krippe will ich geben. Ja. Ich kenne Leute mit schweren Verläufen. Ja, ja. Aber diese Leute haben schon Jahrzehnte lang falsch gelebt, in Stress und so. Das reden wir jetzt nicht. Genau. Genau. Weil da kommen wir wieder ins Tausendste. Danke. Und habe dort einen Karten gekauft natürlich. Und ich bin von keinem einzigen Gast angeredet worden. Ich bin von einer einzigen älteren Dame, die mit ganz kleinen Schritten auf mich zukommen ist und einen halben Meter vor mir stehen bleiben ist, wo ich mir denke, du hast keine Angst vor mir. Aber sie wollte mich zurechtweisen. Aus der Größen vor den Augen. Hat sich gefragt, ob ich keine Masken habe. Sag ich, nein. Ich brauche keine. Ich sage immer, ich brauche keine. Weil damit liege ich keine Ahnung. Und wer soll mich befreien? Sag ich immer. Von wem wollen sie eine Befreiung haben? Von meinen Eltern. Wer soll mich das erlauben? Außer ich mir selber. Genau. Und ich habe noch einmal das Erlebnis gehabt, dass wir die Wiener Linien ausgeschmissen haben. Der Security. Die Sicherheitskräfte. Das ist deren Job. Genau. Da habe ich da mit ihnen natürlich geredet. Ich habe dann sofort das signalisiert, ich verstehe ihren Standpunkt. Das hat sofort einmal den ganzen Druck ausgeholt. Dann haben die angefangen an meinen Standpunkt zu verstehen und gesagt, wir verstehen auch Ihren. Der eine hat sogar gesagt, sie wollen nicht meine private Meinung zu dem Thema hören. Das heißt aber auch, dass er zerrissen ist innerlich. Dass er selber auch nicht hat. Genau. Aber dass er zerrissen ist. Er muss das auch nicht tun und das andere denkt er sich. Genauso ist es mir gegangen mit ganz vielen Polizisten. Genau. Das glaube ich. Das ist genau dieselbe Diskussion. Genau. Und es ist dasselbe Thema. Die Maske, die Person, das ist eine Symbolik auf einer neuen Ebene. Und da gehen wir jetzt durch. Und für mich ist das ein Geschenk an den anderen, dass ich ihn irritiere und ihm die Möglichkeit gebe, einmal nachzudenken, dass es eine andere Meinung gibt und vielleicht andere Perspektiven gibt. Und man dabei cool sein kann. Und cool sein kann und das passiert aber nichts. Du musst dir vorstellen, die haben sich mit mir in den engen Lift eingestellt, weil sie haben mich ausgebegleitet aus der U-Bahn. Ich bin nicht dann bei der nächsten Einstieg wieder bei der nächsten Station. Das ist mutig von denen. Ja, ich habe gesagt, dass ihnen das eigentlich zugemutet wird, mit mir auf so engen Raum zusammenzustehen. Genau. Haben Sie da zweite Masken mit? Ja, ich habe gefragt, haben Sie vielleicht eine Maske? Und er hat gesagt, schau aus wie ein Masken-Spender. Und er hat gesagt, schau aus wie ein Fulltrottl, dass ich eine Maske aufziehe. Ja, er kommt eine zweite aufsetzen, weil dann supplementiert er ja deine. Ach so, okay. Ja. Nein, nein, das ist eine Prinzip-Sache. Also wenn sie aufziehen muss, muss sie sie aufziehen. Und ich habe aber dann gesagt, sie haben sich freiwillig dazu entschieden, weil er gemeint hat, ja, ich werde es uns ausgeschmissen, wenn ich die Maske nicht trage. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist ja ihre Entscheidung. Ja, dann hat er gesagt, das ist eine Verordnung, die gilt für uns alle. Dann hat er gesagt, ja, aber wer hat denn die Maske nicht in der Früh aufgesetzt? Sie oder der Herr Kurz? Ja. Weißt du? Das machen wir alle freiwillig. Genau. Wir haben dieses Gefühl der Anwacht, aber das ist nur, weil man uns das eingeredet hat, dass wir, wir haben vergessen um unsere Göttlichkeit, wer wir wirklich sind. Ja, das hat der Dings einmal gesagt, in irgendeiner Rede, werden schnell. Das Problem ist in Wahrheit das zivile Gehorsam. Ja. Nicht das zivile Ungehorsam. Das zivile Gehorsam ist das Problem. Weil der Mensch glaubt, er muss gehorsam sein gegen Sachen, wo eigentlich keiner... geschlüssig sich klingern, aber... Das Recht hat, wenn man es jetzt so sagen will, dass er überhaupt den Ton angibt. Genau. Ja. Da redet man einfach nicht mit, wenn es darum geht, ob mein Papa im Krankenhaus liegt und ich jetzt zu ihm fahre oder nicht. Mhm. Und egal, ob da jetzt eine Maske dazwischen ist oder nicht, nein, da redet man nicht mit, weil der Papa liegt da und ich fahre da jetzt hin. Und da hat keiner zum Mitreden. Ich meine, ich würde nicht sagen, wenn die Gefahr wirklich offensichtlich real wäre, wenn es, wie du sagst, die Leute sterben wie die flehen, dann würde ich das sofort, sofort würde ich die Maßnahmen umsetzen. Da haben ganz viele Menschen zu Recht gesagt, wenn der Herrgut will, dass ich sterbe, dann sterbe ich halt. Genau. Und jemand, der in Angst lebt vor Corona, der lebt das schon die ganze Zeit nicht mehr. Genau. Aber wenn es sein soll, dass ich nicht sein soll, dann werde ich jetzt da, oder wenn wir reden miteinander, werde ich aufhören zum Atmen und einfach wegkippen. So wie der Fußballer da, der Tänische. Ah, der Tänische, ja. Ja, zack, den werde ich einfach nicht mehr. Ja. Und genau so darf es sein. Und wenn man will, jederzeit, ich bin bereit. Aber genau aus der Liebe zu allem wird es so schnell nicht passieren. Weiß ich ja. Jetzt habe ich im Völkermarkt auch, äh, Völklerbruck, also im Völkermarkt, ja. Ja, Völkermarkt, verstanden. Ja, auf das kommen wir auch noch zum Sprechen. Nein, das lassen wir heute das Thema, das interessiert mich jetzt nicht. Ja, genau. Aber das Thema Schuld muss ich auch schon sagen, dass das bei Corona auch mitschwingt. Das ist ja wohl im Zeitgeist drinnen. Also nicht so, wie du im letzten Gespräch gemeint hast, das sollte man nicht ansprechen, was nicht mehr im Zeitgeist schwingt, ne? Nein, da hast du völlig recht. Schuld ist ja sowieso ein großes Thema. Und es ist halt nach hinten schlecht und so wie Angst nach vorn schlecht, das ist dieselbe Energie. Ja. Der Janus. Der Janus mit den zwei Köpfen. Genau. Da hat es jetzt auch Münzen gegeben, ja. Genau. Wenn du vier schaust, ist es die Angst und wenn du hintere schaust, ist es die Schuld. Und keiner von den beiden Blicke ist jetzt. Genau. Richtig. Der Moment ist es. Und der Moment ist zwischen die zwei Scherungen, oder? Genau. Wo die Angst versteckt ist, dahinter ist eigentlich die Kreativität, das Potenzial versteckt in uns, ne? Wo wir wegschauen. Aber da sind wir jetzt bei der, das haben wir gestern schon gesagt, das möchte ich noch schnell dazu erwähnen. Ja bitte erzähl. Da sind wir bei dem Beispiel, dass es einen Unterschied macht, wie ich mich identifiziere. Was die Kraft ist, die mich identifiziert. Ob ich mich durch meine Karriere, durch mein Boot, mein Haus, mein Auto identifiziere. Mein Fußballverein von mir aus oder was auch immer. Sprich, ob ich mich über außen identifiziere oder ob ich mich von innen außer authentifiziere. Weil die Definition eine andere Flussrichtung hat. Da sind wir beim Druck von außen. Ja. Werde von außen identifiziert, dann ist der Druck von außen, der mich überhaupt erst zur Kugel macht. Oder definiert sich das von innen und macht eine Quelle und wird irgendwann diese Kapsel, die nur Sicherheit war, dass nichts passiert, sprengen. Und das passiert auch. Das ist die großen beiden Qualitäten. Ja, Bruchstückhaft oder ganzheitlich. Dass man sich von innen außer als Quelle erkennt und einfach diese Kapsel in Liebe zersprengt, weil auf nichts anderes wurde gewartet seitens der Kirche. Jeder, der jetzt ein guter Mensch ist quasi und jetzt da aussie geht und sagt, hey, seid zwar nicht böse, aber ihr spielt in Österreich weiter und ich warte dabei, wenn ihr wollt. Aber ich spiele da jetzt sicher nicht mehr weiter mit. Das ist jetzt möglich. Das war eigentlich immer schon möglich, aber jetzt ist es besonders. Früher war es ein bisschen schwieriger, weil erstens der Weg nicht bekannt war. Jetzt ist er schon gegangen und jetzt ist er auch schon bekannt. Und er ist in der Zeitqualität jetzt auch viel einfacher möglich. Keiner wird sich mehr die Hände ansteßen und muss jetzt da groß kämpfen drum, sondern das ist von der Kirche so erwartet, bis du kommst in Herrlichkeit. Und wenn die Herrlichkeit da drüber geht jetzt, wo der Geist wichtiger ist als die Materie und das alles, dann geht das ganz geschmeidig. Das kann ich euch versprechen. Das mit einfach und schwierig, das ist eine Sache, weil man könnte jetzt, natürlich muss ich zur Rechnung tragen, dass die Generationen im Krieg und in der Nachkriegszeit, dass die physische Abhängigkeiten stärker zu spüren bekommen haben als wir jetzt, die im Nest sitzen und da reden. Also, dass die jetzt einfach aussteigen haben können, das ist klar, weil du hattest kein AMS-Geld zu geben und so weiter. Du warst abhängig vom Familienverband und so weiter. Ja, ich krieg auch kein AMS-Geld. Schon. Also, von dem her jetzt, weißt du? Ja. Das ist ja kein Ausstieg, wenn du... Aber du hungerst... Also, nein, lass bitte nicht ablenken. Entschuldigung. Ich wollte auf das jetzt gar nicht hin. Entschuldigung, wenn ich dich gereizt habe. Nein, aber das gehört schon der Ort noch halber gesagt. Ja, ja. Das zeigt ein falsches Bild. Nein, du hast kein AMS-Geld. Er hat kein AMS-Geld. Genau. Ist ja das jetzt so, oder? Genau. Das ist wichtig, weil ganz viele Leute glauben, dass der Freeman noch irgendwelche Sozialleistungen kriegt. Ich möchte auf das Zeitlose im Aussteigen zu sprechen kommen. Wir haben schon gesagt, ich meine, ich bin schon mit 14 oder mit 12 draufgekommen, dass sowas nicht stimmt. Aber natürlich, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Das ist keine Eigenleistung. Da gebe ich dir auch recht. Oder das gestehe ich auch zu. Nur, wenn du jetzt sagst, die heutigen haben es leichter als damals. Es ist so ein Trugschluss. Nein, wie sagt man? Wenn es dir gut geht, empfindest du oft kein Bedürfnis, über den Ernst des Lebens nachzureden. Hast du den Ernst des Lebens, musst du nachdenken, aber bist derart vereinnahmt von der Situation, der Akutität, dass du inadäquat handeln wirst. Das heißt, es ist natürlich leichter in Friedenszeiten, also während du Ruhe hast, über ein Problem nachzudenken und prophylaktisch schon eine Lösung zu finden oder es überhaupt zu vermeiden. Aber es ist genauso schwer in Friedenszeiten über das nachzudenken, weil du keine Dringlichkeit empfindest. Also es ist so oder so schwierig und einfach. Also ich will da irgendwo den Zeitfaktor aus sich holen, dass du sagst, heute haben wir es leichter als damals. In einer gewissen Weise stimmt es, aber es ist in einer gewissen Weise auch wieder schwerer geworden. Früher war alles anders, sagt die Oma. Ja, das stimmt. Aber irgendwie habe ich es so nicht gemeint, wie du es gesagt hast. Sondern ich meine damit, dass die Zeitqualität jetzt will, dass diese Masken fallen. Auf alle Ebenen. Okay. Egal ob jetzt als Mund-Nasen-Schutz oder als Verkleidung, dass du eine gewisse Falschheit gelebt hast, die jetzt einfach aufflügt und solche Sachen. Die Masken fallen gerade. Und das lässt sich nicht verhindern. Das Unvermeidliche hast du schon in der Matrix. Das passiert gerade. Und wir beobachten das. Die Auferstehung der Toten. Das ist jetzt nicht die Industrialisierung, sondern das ist die Auferstehung der Toten. Und das ist ein ganz anderes Event für die Menschheit als der Goldrausch. Oder als die Kolonialisierung. Das ist klar. Das ist ganz was anderes. Das kann man nicht vergleichen. Weil der Zweite Weltkrieg steht nicht in der Bibel drin zum Beispiel. Aber die Auferstehung der Toten steht in der Bibel drin. Und das gehört zur Geschichte der Menschheit. Wie der Traum aufhört, den wir da kollektiv geträumt haben die letzten paar tausend Jahre. Das ist wahrscheinlich eh jedes Mal anders. Aber ein gewisses Wesen hat dieses Aufwachen. Und das steht in diesen Schriften drin. Und wie das, der Reih noch über die Dings, das hat er schon beobachtet, der Geist. Und jetzt stehen wir quasi ganz am Ende, wo die Masken dann sagt, ich bin dein Vater. Und danach ist das Reich Gottes. Der Kardinal hat undängst auf seiner Facebook-Seite geschrieben, den habe ich auch abonniert, nicht wahr? Das Reich Gottes ist schon da. So wie der Papst gesagt hat, Jesus ist auferstanden. Nicht Jesus wird auferstehen. Sondern mit den Osterbotschaften der letzten Jahre, ich habe das immer beobachtet. Was sagt der Geist da? Wie spricht er denn zu den Menschen? Und da hat er das tatsächlich immer wieder so gesagt. Ja, ja, es ist passiert. Aber der Kardinal hat eben geschrieben, es ist wie ein ganz kleines Plänzchen, wie ein kleiner Same, der schon aufgeknospelt ist, den wir aber jetzt nicht beschleunigen können im Wachstum. Sondern wir können nur freudvoll sagen, Hurra, es ist soweit. Und es braucht jetzt nicht Zeit, bis der da durchbricht. Aber ja, es ist schon da. Das Reich Gottes ist da. Und wer sich jetzt auf Gott beruft, das mag die Botschaft sein jetzt, Gott, das große Manitou, der wird nicht so viel Widerstand erleben, wie einer, der sich vor zehn Jahren auf Gott berufen hat. Ah, ich verstehe schon, auf was ich hinaus möchte. Also so gesehen ist es jetzt leichter. Ich verstehe. Es ist eine gewisse Vorarbeit schon gemacht. Die Vorhänge werden durchsichtiger? Ja, genau. Die Morgendämmerung wird schon sichtbarer als Nuvordings. Und diese Anwesenheit von dieser Güte macht jetzt diesen Saturn, der da herrscht auf dem Planeten jetzt noch. Die Welt ist eine saturnische, in Klammer satanische Welt. Und dieses Saturnprinzip wird zurücktreten, wenn das Vaterbewusstsein wiederkommt. Weil ja in der griechischen Mythologie der Saturn, der Kronos, dem Uranus damals den Penis angehackt hat und dann das Kommando übernommen hat. Das ist so, wie wenn sich der Papa schlafen legt und den Wecker aktiviert. Kronos, Zeit, du übernimmst jetzt, bis ich wieder munter bin. Und ich programmier sogar deinen Leuten. Ich kommandiere dich, aber ich schlaf jetzt. Aber ich muss sagen, wir haben schon mehrere Wecker gehabt, die uns aufwecken halten sollen. Und wir haben den Wecker eigentlich immer wieder angestellt. Und ich war selber eigentlich so eine Art Weckerfunktion, finde ich. Und auch du, die dann teilweise nicht ernst genommen haben, verlocht oder sowas. Aber ich sage, der Penis ist ja wieder da. Ja, deswegen habe ich das jetzt erwähnt. Dass der Penis ja... Du meinst in deinem Suoskanal? Genau. Also vor 13.000 Jahren, nach meiner These, war halt jetzt diese Entmannung des Uranus gewesen. Des Gottvaters. Kronos übernimmt, die Zeit übernimmt als Wecker für die Hälfte von dem Kreis, für die dunkle Phase. Und jetzt, 13.000 Jahre später, taucht der Penis zufälligerweise wieder vor Zypern. Weil so geht die Geschichte, der ist damals vor Zypern ins Meer gefallen. Wurscht? Ja. Kommt jetzt vor Zypern wieder zum Vorschein im Roten Meer. Taucht auf mit der Ever Given. Die haben so einen Penis da einezeichnet mit den Navigarten. Und dem Thomas Schmid wird noch gesagt, dass er 2.500 Penisfotos am Handy hat und was ich weiß. Da gibt es überall so Penis-Effekte, wo du denkst, wieso sehe ich gerade... Ich frage mich gerade, was hast du damit. Ja, genau. Es schwingt gerade auf und hat verschiedene Dinge, wo du sagst, naja, interessant. Habt ihr das auch daheim? Wieso taucht da gerade ein Penis aus? Und das ist das. Wo jetzt die Waage erreicht ist, wo im Hintergrund steht, ich bin dein Vater, erinnere dich. Ich bin dein Vater Luke. Ja. Erinnere dich oder verbrüdere dich mit mir. Und da schauen wir gerade zu. Von dem her haben wir die Waage jetzt durchschritten. Und wieder ein Grund mehr, wenn das jetzt schon passiert ist mit dem Penis, dann ist er ja schon da. Dann kann man sich ganz anders auf ihn berufen, als wenn man hofft, dass er bald kommt. Ja, aber was mache ich jetzt mit dieser Erzählung, bevor ich zum nächsten Punkt gehe, im Alltag? Eigentlich sagst du damit wieder, alles ist gut, vertrauen dürfen wir. Jetzt könnt ihr ja ohne Maske einkaufen gehen oder nicht, oder? Was soll ich jetzt machen mit dieser Information? In Liebe immer, ja, ja, auf jeden Fall. Nein, aber was willst du damit jetzt sagen, außer dass alles gut ist? Das wissen wir ja mittlerweile. Ja, nur einmal eine Bestätigung, dass es sich tatsächlich um die Auferstehung der Toten geht. Okay, okay. Ja, genau. Und im Endeffekt, dass wenn du das in Liebe machst, was du machst, dass dir nichts passieren kann, weil du geschützt bist von dieser Qualität, dieser Dimension, die ganzheitlich ist. Aber die kann man sich natürlich nicht einreden, das musst du auch wirklich verkörpern, das spürt man glaube ich auch. Du hast dann in dieser Liebe keine Feindbilder zum Beispiel mehr. Genau. Du schaust dich deine Ängste an, weil du weißt, die Liebe in dir ist größer als diese Angst. Diese Angst wird verbrennen oder so, oder was auch immer, schmelzen oder wie auch immer. Genau. Du bist das Licht der Welt, genau. Über das würde ich auch noch gerne reden, über diese Kultur, wo der Wert des Menschen nicht per se zu erkennen ist, dass du sagst, ich bin der Wert. Mit meiner Inkarnation auf dieser Erde bin ich bereits alles, was ich sein kann. Und stattdessen vergessen wir das, indem wir ein künstliches Wertesystem uns überstülpen lassen, indem das staatliche System oder gesellschaftliche System sagt, du bist nur was wert, wenn du arbeitest, Leistung oder Funktion erfüllst. Ich glaube, dass das ein ganz großer Diskrepanzpunkt ist, wo du vergisst, wer du bist. Und auch von einer Quellidentität in eine Bittsteller- oder Verbraucheridentität gedrängt hast. Ja, ja, genau. Aber darf ich noch ganz kurz die Fragen... Das sind die zwei Seiten der Medaille. Ja, ja, genau. Darf ich dich fragen, wie du die Demos in Wien oder in ganz Österreich wahrgenommen hast? Wo warst du bei einer Demo? Die Galleonsfiguren wie Dr. Rösch, Dr. Schießler, Martin Ruther, die FPÖ auch mit dem Kickl, die da sehr stark als Honigtöpfchen wieder agiert. Wie hast du das alles summa summarum wahrgenommen? Ich habe das beobachtet, freudestrahlend, im Zusammenhang dessen, dass die meisten davon geschrien haben, wir sind das Volk. Und es kann sich nur um ein Missverständnis handeln, wenn ich den Rechtsverzicht pflege und mich nicht mehr zu Österreich zähle. Als Staatsverweigerer geht das nicht, da kann ich nicht hin. Verstehst du mich? Ich kann mich als Raupe hinstöhnen und sagen, ich bin ein Schmetterling. Also du meinst du als Menschenvolk, dann stinkt sie ja wieder. Aber wenn du sagst, wir sind das Volk Gottes, haben sie völlig recht. Genau. Und so war es natürlich auch. Der Heilige Geist hat gesagt, wir sind das Volk Gottes. Wir sind eine ächere Schafe. Nur er hat es nicht gewusst, wie er demonstriert. Er glaubt ja, er sagt, wir sind die Österreicher und die Macht geht von uns aus. Ja, das Recht geht von euch aus. Ich weiß schon. Du meinst das? Ja, sicher. Und bitte hört es das so. Das ist das einzige, was wirklich logisch Sinn macht, diese Deutung dieser Worte. Weil, wie gesagt, das steht im ersten Satz, die Demokratische Republik sagt, dass das Volk dabei ist. Aber das ist ein anderes Thema. Na, das hast du schon mehrmals erwähnt. Ich glaube, da ist keine Unklarheit darüber, wie du das meinst. Also, wenn wir den Menschen sagen, wir sind das Volk, kann nur das Volk Gottes gemeint sein, auch wenn sie es selber nicht wissen. Und da ist für mich wieder klar gewesen, aus eschatologischer Sicht, hurra, eh klar, da gehen wir schon. Und das ist wie der Ausmarsch aus Ägypten. Ja. Und wenn der Ausmarsch aus Ägypten passiert, dann ist ja das Volk nicht mehr da. Wo hat denn dann der Pharao sein Volk? Es sitzt nicht mehr im Stadion, es sitzt nicht mehr im Theater, es sitzt nicht mehr in der Kirche, es sitzt nicht mehr in der Schule. Ja, wo ist denn das Volk? Im geistigen Sinn ist das Volk ausmarschiert aus Ägypten. Eigentlich sind sie in Wien herummarschiert und haben von der Regierung etwas gefordert, nämlich mehr Privilegien oder wieder Freiheiten. Sie sind geistig geflüchtet. Würde ein göttliches Volk von jemand anderem etwas fordern, was es sich noch selber geben kann? Ja, das ist eben genau wieder der Unterschied zwischen dem, was vielleicht im Poeten vorgegangen ist, wie er es geschrieben hat, das Theaterstickel, und was die Schauspieler daraus machen. Okay. Das kannst du ja nicht übel nehmen, sie können ja nicht wissen, wie er es sich denkt hat. Sie können es nur so gut spülen, wie sie es verstehen. Und das passiert da gerade. Also wenn ich an die Demonstrationen denke, und die wollen ja natürlich damit etwas bewirken, nämlich den alten Zustand wieder herstellen. Ich denke da immer an den Spruch von Krishnamurti, der wirklich wunderbar für mich passt. Die Eingangsqualität bestimmt das Resultat. Ja. Und wenn ich jetzt dann das Motiv für diese, oder die Eingangsqualität oder Eingangsenergie dieser Demos hernehme, dann ist das salopp gesagt Unzufriedenheit. Weil sonst ginge da keiner hin, wenn er zufrieden wäre. Und wenn Unzufriedenheit am Anfang der Demo steht, weiß ich schon, was am Ende rausgekommen wird. Nämlich nicht Liebe, nicht Ordnung, nicht Zufriedenheit, sondern Unzufriedenheit. Ja. Auf einer anderen Ebene natürlich transformiert, aber es bleibt Unzufriedenheit. Ja. Wo soll es denn herkommen in der Rechnung? Genau. Wenn die Zutaten Unzufriedenheit sind, was soll denn unten rausgehen? So ist es. Danke. Genau, das kommt mir sofort in den Sinn. Und damit ist für mich eigentlich das Demo, die Frage, bringt es was? Was ist für mich erledigt? Weil derjenige, der es braucht, der will dort hingehen, okay? Genau. Es ist ein Zeichen des Geistes. Ja, okay. Aber es braucht sich keiner Hoffnung machen, dass das irgendwas lösen wird. Weil die Lösung liegt in dir drinnen. Du brauchst auch keine Demo gehen. Genau. Das sind alles nur Symptome. Wir sind ja nur Symptome, was da passiert. Gerade wenn es die ganze Menschheit betrifft. Wenn es den ganzen Planeten betrifft. Weil es gehen ja nicht nur in Wien spazieren, sondern die gehen ja überall spazieren. Gegen die Regierungen, gegen die Maßnahmen, ob das in Brasilien ist oder im Kongo oder wurscht. Die gehen überall dagegen und das ist der ganze Zeitgeist. Nicht nur die Österreicher, die sogenannten. Also das betrifft schon alle. Und von dem her muss ich sagen, ja, das ist das. Das biblische Prinzip des Ausmarsches des Volkes Israel aus Ägypten, aus der Gefangenschaft. Man könnte auch sagen, die Vertreibung aus dem Paradies. Das passiert gerade. Weil das Paradies ist wieder der Zaubergarten, der Vergnügungspark, wo du mitten in der Nacht bei der Tankstelle Ananas kaufen kannst. Ja. Verstehst du mich? Ich meine, wo gibt es denn sowas? Ja, im Garten Eden gibt es sowas. Und dann wirst du aus dem Paradies vertrieben durch die Frucht der Erkenntnis. Das ist gut, ja. Und wirst in die Wüste geschickt. Und die Wüste, die Quarantäne, wird dich so lange beschäftigen, bis du bei Gott bist. Und dann wirst du den Ratschluss mit Gott erleben und dich hingegeben haben an das große Ganze und als neuer Geist ganz anders mitatmen mit der Gesellschaft. Weil das System ist ja eben die Mehrheit der Gedanken. Die Gedankenmehrt, ja. Genau. Achte auf deine Gedanken, sie werden Realität und da sind wir dann. Also ja, wenn du anders denkst, wird das System automatisch ein anderes System sein. Aber du musst zuerst durch die Wüste gegangen sein. Aber es gibt ja Leute, die sich jetzt impfen lassen und dann wieder zurückkommen zu einer Normalität. Also die haben dann nicht diesen Wandel durchgezogen. Nein, ich glaube die Impfung, die brauchen wir symbolisch und symbolisieren im Spiegel des großen Geistes, dass jeder Mensch geimpft ist. Und zwar geimpft auf der Ebene, wo die katholische Kirche mit ihrer Bildung, mit der Rechtschreibung, damit überhaupt Recht unterschreiben kann, Rechtschreiben kann. Ich glaube schon, haben wir geredet, im ersten Teil schon, ja. Genau, und da ist jeder geimpft. Er hat quasi eine Impf-Ormation gekriegt und nach derer sich gehalten hat und gekriegt hat. Dass er nur Vorschriften befolgt und das ist das Symbol der Impfung. Und du meinst, weil dir das bewusst ist, brauchst du die Impfung nicht, aber derjenige, der sich nicht begreift, der muss sich impfen lassen zweimal. Genau, ich sage einfach, in meinem Geist sowieso schon lange, ich bin das alles. Und natürlich bin ich auch die Impfung. Deswegen brauchst du das nicht mehr, oder? Und deswegen kriege ich das nicht von außen. Ich bin das durch innen. Ich bin sowieso geimpft gegen alles. Für alles. Genau. Ja, dieses Feindbild, das wir wieder auf... Entschuldigung. Ja, bitte erzähl mal. Wenn hat er denn, der Heilige Geist, wenn er sich irgendwas zeigen will? Ja, wenn er in seiner Ewigkeit fahrt ist und er wird jetzt irgendwie munter und muss sich gleichzeitig, weil der Geist sowieso nie schläft, aber hin und wieder doch schläft, muss er sich jetzt in seiner Verwirrung klar machen, was passiert ist. Er muss sich eine Geschichte erzählen, nur mit Bildern und Rätseln, weil das kann er. Ja. Und wie soll er sich das denn zeigen? Er kann sich ja nur seiner Darsteller bedienen. Richtig. Er kann sich nicht am Himmel schreiben. Ja. Sondern er muss es uns zeigen. Er muss es sich zeigen. Und das passiert in dem Fall eben auch mit Impfungen. Das passiert mit so einem Schuss ins Hirn, mit so einem Nasenstab und das passiert mit einer Impfung, weil er hat nur uns als Protagonisten. Aber genau das, was du sagst, passiert in meinen Augen nicht, dass die Demonstranten begreifen, was passiert ist. Nämlich, wenn ich es jetzt von meiner Worte erst mit meinen Worten sagen darf, das, was sie jetzt da kritisieren an der Regierung, haben sie selber mitgeschafft, indem sie wegschaut haben. Weil wegschauen macht Diebe, eine Gelegenheit macht Diebe. Und sie haben ihre Verantwortung nicht übernommen, indem sie halt ihr Arbeitsleben oder Privatleben gelebt haben und deswegen auch Bewusstseinslicht für die politischen, kollektiven Bereiche gefüllt hat. So, eine Zeitung ist es gut gegangen. Die mahnenden Unkenstimmen sind verlacht und unterdrückt worden oder ignoriert worden. Jetzt haben wir den Punkt, wo die Unkenstimmen, die Prophezeiungen jetzt mehr oder minder in Erscheinung treten. Und jetzt dann aus dem Schmerz heraus sich einzugestehen, dass man das selber verantwortet hat, sucht man Sündenbock und sagt natürlich auf den Herrn Kurz, auf den Bundeskanzler. Ja, ich verstehe die Argumentation, aber in mir baut sich da ein Bild auf, wo ich mir denke, okay, wenn ich jetzt den anstehe bei mir, dass er sich um etwas kümmert. Ja. Zum Beispiel, dass er sich darum kümmert, dass die Rosen nicht verwirken. Genau. Und das ist seine Aufgabe. Genau. Weil ich habe gerade etwas anderes zu tun, ich muss gerade in der Hängematte liegen. Ja. Nur weiter, erzähl. Und ich komme irgendwann darauf, dass die Rosen komplett verwirkt sind. Genau. Wer ist dann schuld? Wer ist dann der Schuldige? Du oder der Gärtner? Genau. Das ist gerade das Problem. Die Menschheit hat sich viel zu lange darauf verlassen, dass ihre Bediensteten, die Politiker, das schon machen. Jetzt den Vorwurf zu machen, ich habe es nicht hingeschaut. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Tatsachenfeststellung. Das ist eine Tatsachenfeststellung. Völlig richtig. Wenn ein Vorwurf daraus entsteht, muss man sagen, da hätten wir halt früher hinschauen müssen. Aber wir haben es eigentlich delegiert. Wir haben uns darauf verlassen, das ist ein Zeichen. Sie haben ja auch gesehen, dass sie das nicht machen, für was sie bezahlt werden. Das ist ein Zeichen von Vertrauen eigentlich. Nein, es ist ein Gestimpfen im Gasthaus. Sie versprechen das und nach der Woche. Dann stammen die schon. Die haben das alle gewusst. Da brauchen wir nicht reden, dass die das nicht gewusst haben. Aber der Mensch hat sich darauf verlassen, dass die Politiker das schon machen. Na, eh klar. Ja. Und jetzt steht er da vor seiner Suche. Und sie haben gehofft, dass die Konsequenzen nicht einbrechen werden, solange sie noch auf der Welt sind. Genau, genau. Ich kann mich an die 90er erinnern, wie es geheißen hat, ihr Kinder werdet ihr mal unsere Schulden zahlen müssen. So auf die Art, wir werden es nicht mehr erleben, dass wir keine Pensionen haben. Wir haben es schon wurscht. Genau. Und jetzt kommt halt der Handkurs, auch auf die anderen. Ich habe mir geschrieben, steht er vor, es war die Politiker, erinnern Sie sich warum, dass es es gibt auf der Welt. Ja. Weil das passt da wieder schön zusammen. Dass die Politiker ja für ganz was anderes gewählt wurden, als was die letzten Jahre da agiert haben. Aber sie machen trotzdem Gottes Werk, weil sie die Menschen zum Aufwecken bringen. Natürlich. Hat ja jeder seine Regierung, die er verdient. Genau, genau. Und in dem Zusammenhang kommt jetzt gerade der Rechtsbankrott zum berühmten Vorschein. Auch richtig. Wo ich schon lange sage, Rechtsbankrott ist, wenn Lügner an der Spitze sind. Und wie lange muss es nur im Fernsehen hören, dass Lügner an der Spitze sind. Weil das ist das. Es weiß halt keiner, was er aufgrund dessen jetzt machen soll. Das steht aber genauso in der Vorschrift drinnen. Ich habe auch nichts anderes noch. Da steht drinnen, eine Besserung verspricht unter solchen Umständen allein die vollständige Rückkehr zu allgemein anerkannten Werten, in Glammer, Wahrheit, Freiheit und Rechtsgrundsätzen. Und ich wundere mich, dass ich das immer nur auswendig tue. Okay. Jetzt kommt das Problem, dass du in einer Wirtschaft lebst, die brutal ist. Jetzt bist du vielleicht ein Mitarbeiter oder sogar ein Chef. Lebst eigentlich von der Unehrlichkeit eines Geschäfts und würdest du anfangen ehrlich zu sein, indem du zum Beispiel zum Kunden sagst, was was, kauf das nicht bei mir, sondern beim Nachbarn, weil der hat es billiger und besser. Du würdest untergehen. Ich meine, das ist jetzt ein blöds Beispiel. Du weißt, es gibt Trinks. Nein, von dem Teller musst du springen. Von dem Teller musst du springen. Und du kannst dann nicht ein bisschen schwanger sein. Genau, genau, genau. Da musst du dann sagen, so, und jetzt will ich es sehen. Und das ist genau das, was ich gemacht habe. Und wo ganz viele Menschen an dieser goldenen Kette, an der sie im System alle hängen, ausgesprungen, ausgesprungen aus dem Käfig, aber auch vergessen, dass die Kette noch da hängt. Das heißt, die bammeln dann so aus dem Käfig. Was habe ich falsch gemacht? Du hast die Kette nicht aufgemacht. Im ersten Schritt hast du nicht gemacht. Du bist mit dem zweiten losgegangen. Du hast die Kette nicht aufgemacht. Genau. Genau. Und genau um das geht es. Das heraßen ist alles easy. Und wenn du weißt, dass du nicht in Österreich bist, sondern in Österreich immer wieder besuchen kommst zum Einkaufen, dann ist das wirklich easy. Genau. Also von dem her braucht sich keiner irgendwelche Sorgen machen, dass es jetzt noch schlimmer würde. So empfinde ich das. Sondern Wander wird es jetzt sechstens leichter. Ja, sichtbarer und dadurch leichter. Schmeidiger. Richtig. Ja. Weil der Rechtsbankrott, ob das jetzt Korruption heißt oder Lügnerei und Schmierer zu Schriftführern und so weiter, lässt sich das selber durch. Das ist halt das. Und das wird nicht im Fernsehen erklärt, sondern das offenbart sich. Ich meine, sie sagen es eh schon im Fernsehen. Aber sie sagen nicht dazu, das heißt Rechtsbankrott. Genau. Ja, ich meine, ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt wunderbar durchgearbeitet. Es war natürlich vieles noch zum Erzählen, aber die Nacht bricht bald an. Du musst uns in der Kürze die Würze suchen. Genau. Also hättest du vielleicht noch, so zusammenfassend für das Video, noch eine Botschaft, wo du sagst, das wäre auch da wichtig, das ist auch nicht zur Sprache gekommen, das möchtest du gerne den Menschen mitteilen? Das fragst du eigentlich immer und man kann sich darauf vorbereiten. Ich habe es jetzt wieder nicht erwartet. Berühmte lederte Worte. Das macht dich charmant. Genau. Sympathisch, ja. Nicht charmant. Ich habe eh schon so viel gesagt, immer wieder. Und jetzt in dem Zusammenhang wiederum zur Ruhe aufzurufen, weil wenn jeder beitragt durch das, was er tut und atmet, er braucht ja nichts zu tun. Er ist ein lebendiges Bewusstsein und atmet. Und alleine dieses Atmen verbindet sein Bewusstsein mit alles andere. Und zurück wieder. Ich atmet ja mein Bewusstsein aus und ein die ganze Zeit. Und wenn das jeder in Ruhe tut, dann können wir es gemeinsam schaffen, dass egal was passiert, es ruhiger passiert. Und ich weiß nicht, ob es ruhiger sein soll, aber wenn es geht, ich weiß, mir lieber. Wobei es geht jetzt nicht nach dem, was mir lieber war. Ich glaube, das würden alle Menschen gerne so haben. Genau. Das ist einfach ein bisschen geschmeidiger, als passiert. Weil es lässt sich nicht vermeiden, dass jetzt gewisse Konstruktionen des Geistes, Fiktionen zerbrechen. Und man sollte halt nicht, da sind wir jetzt mal wieder beim Beispiel von gestern mit dem Küken, man sollte halt nicht traurig sein deswegen, weil die Schale kaputt ist. Weil die Schale war einfach nur die Trennung zwischen innen und außen die ganze Zeit. Und wenn innen zu außen werden soll, muss die Schale zerbrechen. Und das passiert gerade. Dass die Schale, die Hülle, die menschliche Fiktion, die da aufgebaut worden ist, zerbricht. Da bleibt dann kein Sturm auf dem anderen. Aber es heißt nicht, dass das nicht vorbei ist. Es heißt nur, dass aus dem Küken innen das Küken außen worden ist. Und so gesehen kann man sagen, es geht erst los. Jetzt geht es erst los so richtig. In Liebe und Dienst, was wir bisher gehabt haben, war das Ende vom schlechten Albtraum. Und jetzt geht der schöne Tag an. Du, mir wäre da auch noch was eingefallen. Ja. Jetzt habe ich dein Schlusswort eigentlich. Das war mein Schlusswort. Aber das wollte ich eigentlich noch anbringen. Ich habe es leider untergegangen. Aber ich wollte noch sagen, nur als Hilfestellung. Ich versuche immer Menschen mit einfachen Sachen, Metaphern und Bildern abzuholen in ihrer Lebenswelt, sodass es möglichst viele brauchen können. Die meisten, ich habe ja mit dir geredet, warum kann der Mensch so schwer seine Lebenssituation annehmen? Die meisten hadern ja mit ihrem Leben, sind unzufrieden und wissen aber nicht, was sie vorschmachen. Meinen Beobachtungen zufolge gehen wir immer an Kompromisse ein, wenn wir handeln. Zum Beispiel, wenn du eine Partnerin oder einen Partner nimmst in deinem Leben, dann weißt du genau, dass der eine negative Eigenschaften hat, aber du nimmst den hauptsächlich, wenn der positiven. Du musst aber bewusst sein, dass du die Negativen mitnimmst. Also zum Beispiel Habgier oder Eitelkeit, was es auch immer ist. Und das vergleiche ich, und das habe ich dir eh schon gesagt, mit einem Glas Wasser, wo ein Benzintropfen oder ein Jauchetropfen drinnen ist. Das heißt, würdest du das Glas trinken und argumentieren, es sind ja 99,9% Anteile von Wasser drinnen und ein Promille Jauche oder Kontaminierung, oder würdest du sagen, warte, schieb ich weg. Und würdest du das deinen Kindern auch so beibringen, oder würdest du sagen, du, reines Wasser. Würde ja jeder sagen, reines Wasser. Wir leben aber so nicht und wir dürfen uns da nicht wundern, dass wenn wir uns natürlich entscheiden und dann auch Karma anheifen, dass es irgendwann einmal zu der Situation kommt, in der wir uns dann gefangen sehen. Das heißt, wir sind wirklich unsere eigenen Schöpfer und wollen oder können nicht sehen, dass wir auf lange Zeit hin uns leid oder Gefangenschaft selber uns antun und sehen einfach nicht ein, dass wir, wenn wir diese Verlockungen haben, wie zum Beispiel einen schönen Partner oder den Erfolg, dass wir dann Nein sagen, weil es eben auch diese negativen Anteile gibt. Wir sind lieber unglücklich in einer Beziehung, als dass wir allein sind. Das ist zum Beispiel so ein gängiges Motiv bei Beziehungen. Bevor ich einsam bin, soll mir der Partner helfen vor meiner Einsamkeit. Ja, dann darfst du aber nicht wundern, dass in fünf Monaten oder in drei Jahren die Beziehung ausgelutscht ist. Ich meine, und dass du eigentlich nie geliebt hast, weil du den anderen immer noch benutzt hast als Mittel zum Zweck. Also wäre es nicht gescheiter, gleich richtig zu entscheiden und dafür gewisse Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Ich glaube, das ist gescheiter. Das nur so als Anregung. Genau, das war ein langes Schlusswort. Nein, es ist ja nur die Hälfte. Ich habe noch gesagt, ich muss noch etwas sagen und dass ich dich um den Schlusswort jetzt gebracht habe. Achso, genau. Du hast nicht gesagt, du sagst den Schlusswort. Ja, danke. Und der zweite Punkt war, ich wollte nämlich noch ganz kurz zum Sprechen kommen, wie du aus der Ohnmacht auskommst und wie das System dich in der Ohnmacht hält. Nämlich mit Perspektive und mit Identität, beziehungsweise mit Sprache und Deutungshoheit. Und da hat mir eine Freundin, die kennst du, die letztes Mal da war, hat mir da ein wunderbares Beispiel gezeigt. Nämlich die Begriffe Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Für gewöhnlich ist ja der Arbeitnehmer derjenige, der der Bittstelle beim Arbeitgeber ist, weil der hat die Lizenz, dass er eine Firma aufmachen darf. Der kann dir Arbeit geben, der kann dir dein Geld und deinen Lebensunterhalt verdienen lassen. Und wir sind ja oft auch pressbar, wenn wir uns dann finanziell abhängig machen, dass wir dort arbeiten, obwohl wir gar nicht mehr arbeiten gehen wollen. Wir vergessen eigentlich darum, dass wir der Wert sind. Wir gehen arbeiten und wir erwirtschaften für den Arbeitgeber den Gewinn. Aber wer ist jetzt der Arbeitgeber im wahrsten Sinne? Genau, aber jetzt hörte ich, allein an der Begrifflichkeit, würde das System den Arbeiter als Arbeitskraftgeber bezeichnen und den Arbeitgeber als Arbeitskraftnehmer, würdest du mit dem Wort allein, nur mit einer anderen Benennung, diese Ohnmachtshaltung sofort beenden und das Spiel um 180 Grad drehen und auf einmal ist der Arbeiter in der Machtposition und der Arbeitgeber muss eigentlich froh sein, wenn er einen guten Arbeiter hat, der ihm sein Geld reinbringt. Das stimmt. Und da sagt er, wenn ich frage, wo gehst du denn hin, dann sagt er, ich gehe zur Arbeit. Ja. Das heißt, die Arbeit ist dort, wo er hingeht. Er sagt nicht, ich bringe die Arbeit. Zum Beispiel, richtig. Ich bringe schnell die Arbeit. Und dann merkst du mit einfachen Worten, ich gehe zur Arbeit. So einfach schaffen sie uns in Versklavung zu halten, in Ohnmacht zu halten, es ist nur ein Wandel der Perspektive. Und dazu bedarf es natürlich der Sehnsucht nach Freiheit, weil sonst machst du ja nicht auf dem Weg, diese Erfreiung zu erforschen. Und das kann niemand an anderen abnehmen und es liegt an jedem selber, ob er sich diese Freiheit wert ist, ob er sich diesen Druck selber macht oder die Dringlichkeit sich künstlich herbeiführt. Das kann man ja machen, aber das reden wir vielleicht auch anders mal. Ich möchte das schnell einhalten zu dem Thema Druck, weil dieser Druck baut sich ja vor innen auf. Genau. Und wieder drückt den Druck, der schon da ist, vor außen. Ja. Und macht diesen Druck vor außen erst einmal sichtbar. Und man kann sich darauf verlassen, dass dieser Druck vor innen, wenn er in Liebe, in sogenannte Liebe passiert, nichts Gefährliches beinhaltet. Das heißt, das wird diese Kapsel im Außen zersprengen, natürlich. Richtig, ja. Aber es wird nichts Schlimmes passieren, weil die Kapsel ist genau dafür vorgesehen. In Liebe ist diese Sicherheitskapsel Christus, das Rechtssystem, die natürliche Person, die Bindung des Menschen in das System, unsichtbare Ketten, ist genau dafür konstruiert, dass sie in Liebe gesprungen, zersprengt wird. Ja, ja. Genau. Also da soll sich jeder darauf verlassen. Er soll sich einfach darauf konzentrieren, wie geht geistige Sittlichkeit, wie kann ich testen, testen, testen heißt das Motto, wie kann ich in jedem Augenblick, den ich bewusst dabei bin, weil wenn ich schlafe, weiß ich es eh oft nicht, aber wenn ich bewusst da bin, wie kann ich der Liebste sein, der mir gerade einfällt. Aber darf ich zu dem was noch sagen? Weil wir ja Strategien entwickelt haben, um diesen Druck klein zu halten, indem wir uns eben von einem Problem abkapseln oder es betäuben oder uns ablenken und beschäftigen. Damit erstickst du eigentlich das innere Feuer, das diesen Druck hier erzeugt. Wir machen das ja tagtäglich eigentlich. Stattdessen, dass wir hinschauen, dort was weh tut, nämlich auf unsere Ängste, auf unsere Schamgefühle, auf unsere Schuldgefühle. Wir müssen eigentlich etwas gegen unsere Intuition machen, um frei zu sein. Ich habe mir nämlich immer gefragt, warum die Menschen seit Jahrtausenden das nicht schaffen und hunderttausend Lösungsansätze, Kommunen bei den Hippies oder Ashrams oder alles hat der Mensch schon probiert, aber er schafft es nicht. Dann denkt man, woran liegt das? Naja, er muss etwas tun, was gegen seine Intuition ist, nämlich wo hinschauen, wo er nicht hinschauen will, nämlich dort, was weh tut. Und damit kannst du den Druck in dir auf natürliche Weise derart erhöhen, dass es zu diesem Zerbrechen dieser Egoschall und diesem Zerreißen der Ketten kommt. Und ich glaube, dass das jetzt für jeden ansteht. Ja. Also das sind jetzt nicht so individuelle Erscheinungen, Erweckungen, sondern das steht jetzt für alle an. Natürlich. Und deswegen, je länger man sich dagegen wehrt. Oder flüchtet oder angreift. Das sind beides Bewegungen weg vom Problem. Genau. Und der Krishnamurt hat schon gesagt, die Bewegung ist Teil der Falle. Hin zum Problem als Angriff oder weg als Flucht, das ist Teil der Falle. Aber ruhig zu bleiben, im Frieden zu sein mit dem was ist, still zu sein mit dem was ist, das ist die Kunst. Genau. Und der Golfboi, weil das gerade in mir hoch kommt, das Beispiel. Okay. Es macht sehr wohl einen Unterschied, wie weit weg der Golfboi vom Loch ist, wie fest der Schlag wird. Du meinst, der Schlag hängt davon ab, die Kräftigkeit, wie weit er weg ist? Genau. Also der Golfboi kriegt eine Watschen, die ist abhängig davon, wie weit weg von der Quelle, dass er... Das ist ein schönes Bild, ja? Ein schönes Bild. Genau. Also die Quelle war das Loch. Genau. Zurück zur Quelle. Genau. Und der Golfboi entscheidet jetzt quasi, wie weit weg von der Quelle, dass er sich hinlegt. Und dann kommt die Watschen. Das heißt, das hat... Ich verstehe schon. Es hat jeder in seiner Entscheidung, jetzt wie weit von der Quelle, dass er sich hinlegt. Das hast du schön gesagt. Ja. Lass mir das als Schlusswort gehalten. Bitte, danke. Baba, grüß euch. Na gut, dann machen wir noch einen kleinen Abschlag. Total verspitzt. Das ist mir jetzt peinlich. Ja. Genau. Dann haben wir noch einen Nachschlag zu dem Video, das wir nicht machen wollten. Nachdem uns gestern feindlicherweise der Akku ausgelangen ist. Aber es war eh schon fast geil. Ja. Dann haben wir jetzt noch einen kleinen Nachschlag. Genau. Bitte sehr. Ich esse dabei mal raus. Genau. Lass mich mal kurz erzählen. Wie ist es noch eingefallen, ich würde noch gerne so drei Punkte zur Kirchen ansprechen. Das eine ist, auf meiner Erfreiungstour 2021 habe ich natürlich auch versucht, mein Schamgefühl zu überwinden und bin einmal kurz auf den Boden gegangen und ohne Unterhausen da in Oberösterreich. Ich habe es nicht lange gemacht, damit die Oberösterreicher nicht neidisch werden. Aber ich finde es spannend, wie Schuld entsteht. Nehmen wir mal das Beispiel der Sexualität her. Eigentlich ein natürlicher Aspekt des Menschseins, den die Kirche verurteilt und verteufelt hat. Aus was für einem Grund auch immer. Und die Diskrepanz entsteht dann, wenn du diese Schuld zu glauben beginnst. Schau, da haben wir wieder die Karts. Wie sehr was? Dieser Konflikt bleibt aber aus, wenn du erkennst, dass das gar keine echte Schuld ist. Das heißt, erst der Glaube an diese Schuld, dass du sündigst, wenn du sexuelle Freiheiten lebst, fangt erst an, aus dem ein Problem zu machen. Das heißt, in dem Moment, wo die Kirche eigentlich ein Schuldgefühl bei der Sexualität erzeugt hat, fangst du an, etwas zu problematisieren, was gar kein Problem ist. Das heißt, du kannst ja die Sexualität als Mensch auch nicht entfernen. Es hat Mönche gegeben. Einer ist sogar zum Krishnamurti damals gekommen. Der hat sich richtig den Penis abgeschnitten. Da sind wir wieder bei dem Stichwort. Weil seine Triebe einfach ihn übermaunt haben. Und als er gesehen hat, was er da gemacht hat, war er komplett verzweifelt. Aber natürlich hat er es nicht rückgängig machen können. Es gibt einen Film mit Gerard Depardieu. Einen ganz coolen französischen Film, so einen Underground-Film, wo er das auch durfte. Wirklich? Und da merkst du eigentlich, wie tragisch eigentlich dieser Bewusstseinszustand sein muss, in dem er sich da befindet. Und die Lösung liegt eben nicht, diesem künstlichen Wertesystem sich anzupassen und Gewalt auszuüben auf sich selber. Das passiert ja mit dem, wie nennt man das, was die Priester haben? Der Zölibat, genau. Der Zölibat. Das ist eigentlich eine Gewaltaushöbung auf den Menschen, sondern indem du erkennst, dass das gar nichts Böses ist. Dann fangst du an, wieder das zu integrieren und im Frieden zu sein. Vielleicht wurde es deswegen unterdrückt oder missbraucht, weil würde ich Sex erweitern mit irgendwelchen Frequenzen, kommt unter anderem außer der Klang Selbsterkenntnis. Das könnte weit hergeholt trotzdem, ja. Natürlich weit hergeholt, aber Selbsterkenntnis, wenn ich da etwas verkaufe, wenn ich etwas verliere, bleibt Sex über. Das heißt, würde ich keinen anderen Weg zur Selbsterkenntnis finden, bleibt mir immer noch Sex. Deswegen ist das die stärkste Kraft im Universum. Selbsterkenntnis. Das ist da drinnen versteckt. Der Schöpfungsakt, ja. Das Zeugen von neuem Leben, ja. Es ist eigentlich spannend, wie das eigentlich missbraucht wurde bzw. problematisiert wurde. Ja, das war das, was ich noch anbringen wollte. Einfach so zum Nachdenken ein bisschen über die eigenen Schuldgefühle. Ob die nicht auch vielleicht Illusionen sind und man sich eigentlich nur künstlich an Druck aussetzt oder unter Druck setzt, der nicht notwendig wäre. Ja, lass uns da das Beispiel nur einhackeln, speziell für die lieben Zuhörer und Zuseher, weil der Akku ja wieder voll ist. Super. Dass ich auch sehr wohl schuld sein kann an der Freude eines Menschen. Genau, der Urheber. Genau, Schuld ist so behaftet mit negativen. Aber wenn ich einem Strauß Blumen schenke und der freut sich voll, dann ist das meine Schuld. Und so gesehen ist Schuld auch wieder etwas Neutrales, nur halt schlecht besetzt, aber immer nur ein Konzept in der Vergangenheit. Ja. Und das hält uns weg aus dem sogenannten ewigen Moment, der wir sein dürfen, mit der Quälerei, dass wir in der Lage sind, dass wir nach vorne und nach hinten denken können. Das macht uns ja quasi zu schaffen, vorne ist die Angst, hinten ist die Schuld, aber eigentlich spült sich immer alles jetzt ausschließlich im Moment ab, im Augenblick. Und Angst und Schuld halten uns da draußen. Genau. Man würde sagen, nicht Schuld, sondern Verdienst. Es ist mein Verdienst, jemand anderen Freude zu machen. Aber wie du es richtig sagst, das Positive, für das man gelobt oder berühmt wird, oder das Negative, für das man verurteilt oder verfolgt wird oder bestraft wird, hat beides eine Wurzel, nämlich, ich bin Urheber einer Handlung. Genau. Und daher kommt vielleicht auch, oder rührt vielleicht auch her, die Angst, tätig zu werden. Aus Angst, irgendwas falsch zu machen, mache ich lieber gar nichts. Aber es gibt ja auch die Begehung durch Unterlassung, die ja da… Ja, der Geist hat sich da ganz viele verschiedene Seiten zurechtgelegt. Genau. Hinschauen. Das ist einfach das Wichtigste. Hinschauen. Tut was unangenehm ist. Wir sehen in unserer Stimme, die das kommentiert, was wir warnen. Hinschauen. Und dann kommt das Kommentaren, das heißt Moral. Die innere Stimme sagt uns dann, wie es weitergeht, wenn wir es nicht wissen. Mhm. Genau. Dann hätte ich noch gern zu dem Vaterunser was gesagt, weil da hat mir eine Passage sehr zum Nachdenken gebracht. Weil ich beobachte ja in der Welt draußen immer dieses Verantwortung und Schuld abgeben an jemand anderen. Immer einen Sündenbock suchen. Und das haben wir seit Jahrhunderten und Jahrtausenden eigentlich gepflegt, diese Kultur. Nur wir haben jetzt gesehen, wohin es uns bringt, nämlich nirgends wohin oder an den Abgrund. Es bleibt uns nicht aus, zu erkennen, dass wir Schöpfer unseres eigenen Lebens sind. Und in der Passage vom Vaterunser hat mich sehr beeindruckt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das bedeutet, wenn ich mich nicht mehr schuldig fühlen möchte, dann kann ich einerseits meinen Gläubiger nicht zwingen, dass er mir vergibt. Das heißt, da ist eine gewisse Abhängigkeit, eine gewisse Unterwürfigkeit gegenüber dem Gläubiger. Das ist nicht mehr auf Augenhöhe. Da bin ich jemand, der buckeln muss und vielleicht sogar Söhne und Buße tun muss. Ich kann ihn bitten darum, dass er mich vielleicht vergibt. Aber in letzter Konsequenz musst du dir selber vergeben. Und was du sehr wohl machen kannst, ist deinen Schuldigern vergeben. Das kannst du aktiv machen. Da möchte ich einhackeln jetzt, weil das ist der Gedanke, der mir dazu gekommen ist. Wenn es heißt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann kann das ein poetischer Ausdruck für ganz eine andere Botschaft sein. So gedichtlich verformt, aber es könnte auch heißen, mir geschehe, so wie ich die anderen behandle. Genau. In dem Ausmaß, so wie ich den anderen vergebe, so wird mir vergeben. Genau. Und damit ist es nicht mehr das Außenprinzip, sondern es ist das Spiegelprinzip. So wie ich mich dem Unfall gegenüber verhäut, so geschieht mir. Genau. Was du siehst, wirst du ernten. Das steht in der Floskel drinnen. Dieses Einheitsbewusstsein kommt mir da wieder hoch. Du vergibst mir meine Schuld, so wie ich in der Lage bin, den anderen zu vergeben. Und wenn ich es ganz schaffe, ist er mir ganz vergeben. Genau. Und deine Schuld nicht existent. Genau. Aber es zeigt halt auch, dass der erste Schritt bei mir liegt, weil die meisten Worten, bis die anderen sich ändern. Das ist die Erkenntnis, dass es tatsächlich ausschließlich um uns geht. Ja. Und von innen heraus sieht diese Kapseln neu entfaltet, wie das Küken das schlüpft. Da kümmert sich keiner von außen um irgendwen anderen, sondern das entsteht von innen. Und damit sind wir selbstverantwortliche, souveräne Lebewesen. Und wie man Schuld vergeben kann, habe ich in unserem sechsten Teil beim Logofeier schon erwähnt, dass du die Perspektive auf ein negatives Ereignis so änderst, dass du sagst, wie könnte das jetzt gut gewesen sein? Was war die Lektion dahinter? Weil es ist passiert, also muss es gut gewesen sein, aber meistens fehlt uns das Verständnis dafür. Was hat das zu bedeuten? Genau. Was hat das mit mir zu tun zuerst einmal? Genau. Und was könnte es bedeuten? Genau. Ich habe dann für mich diese Halterung gefunden, wie klingst du? Sag mir deinen Namen, sag mir deinen Klang und ich kann darüber meditieren, was es mir zu sagen hat. Das hilft mir schon massiv, muss ich sagen. Das heißt, du fangst dann auch an deine Feindbilder abzulegen, weil du erkennst, dass du... Es gibt ja keine Feindbilder mehr, es sind dann nur mehr Klänge, wo ich mich dann überlege, wo ich mich frage, wo kommst du herklang, wo bist du in mir, wo ist dein Spiegel? Und in der Meditation darüber heilt sich das ja eigentlich schon. Weil ja der Geist die Zeit kriegt, dass er da hinschaut und so wie ich mein Leben erlebe, bestätigt ist das. Ja. Ja. Also diese Täter-Opfer-Rolle-Spiele, dass man da aussteigt, das ist an jeden selbst überlassen, wie sehr er sich sehnt nach Frieden, weil man vergiftet sich mit diesen Emotionen des Verurteilens ja in letzter Konsequenz eh noch selber. Genau. Das kann man eh beobachten, wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn man Kroll hegt und so weiter oder sich als Opfer bemitleidet. Dann wollte ich noch auf dieses Jesus-Prinzip zu sprechen kommen, wo ich nur sagen wollte, so wie es uns die Bibel eben erzählt hat, er hat Menschen geheilt, er ist gekreuzigt worden und so weiter. Ich meine, mir erinnert dieses Jesus, das Leben des Jesus, irgendwo ein bisschen auch an den Bruno Gröning aus den 50er Jahren, der ja auch geheilt hat und dann ja innerlich verbrannt ist, wo ich mich frage, wenn er einen qualvollen Tod erlitten hat, auch wie Gandhi, Gandhi ist ja erschossen worden, oder John Lennon, ich frage mich immer, hätte er das verhindern können, war das vielleicht ein Hinweis dafür, dass er die längste Zeit falsch gelebt hat. Und wenn man einen Fehler finden wollte, nach dieser Betrachtungsweise, dann könnte man sagen, Jesus oder Bruno Gröning hat den Menschen durch die Heilung der Krankheit ihnen die Lektion abgenommen und hat es auf sich gebührt. In dem Sinne stimmt es ja, dass er für die Sünden der anderen gestorben ist. Aber ob das die Lösung ist, weiß ich nicht. Das ist so ein Ansatz meinerseits. Also für mich ist Jesus nicht dieser große Erlöser, sondern eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man es nicht macht, wenn man es jetzt so drastisch nimmt. Ich würde Jesus nicht als Typ mir vorstellen, sondern Jesus nur als Liedl, als Schwingung. Als Schwingung, ich weiß, als Bewusstseinszustand. Als Klang, als Ton, als Duft. Und wenn Jesus ein Duft ist, dann hat er eine gewisse Güte, die sich unterscheidet von allen anderen Düfte. Ich weiß schon, ja. Und würde dieser Duft vergehen, weil zufällig es dunkel wird und wir nur untertags duften können, das ist ein blödes Beispiel. Wenn im großen göttlichen Tag dieser Klang vorhanden ist, Jesus, und dann wird es finster und Jesus stirbt und macht damit Platz für die Sünden. So konnte man das viel logischer erklären, dass Jesus gestorben ist für die Sünden der Welt. Jetzt ist die Welt in der Lage zu sündigen, weil das Prinzip Jesus nicht vorhanden ist, weil es schläft. Und wenn er aufersteht, 13.000 Jahre später im ewigen Kreis, wenn er wiederkommt, nimmt er hinweg die Sünde. Weil er in uns, er kommt ja nicht von außen. Ich verstehe schon, ja. Ich glaube nicht an das Geschichtel, dass der vor 2.000 Jahren geatmet hätte. Sondern das ist ein ewiges Prinzip. Die 12 Apostel sind unsere 12 Prinzipien, die 12 Nervenstränge, die aus dem Hauptaussee gingen, oder die 12 Heiser im Sternzeichenprinzip. Das ist die 12, die uns begleitet. Und so gesehen passiert das irgendwann in Ewigkeit, nämlich dann, wenn alle Menschen wieder munter werden. Dann kommt diese Güte Jesus wieder zum Vorschein. Und in Jesus Christus gehen wir jetzt quasi da oder aus. Weil wir sind ja in Christus neu geboren, mit der natürlichen Person. Und dieses Rechtsschinakel Christus, Christus ist die Welt, wartet auf Jesus. Das ist richtig. Jesus wird auferstehen. Und zwar vor innen. Der eingeborene Sohn. Nicht der von außen klingende Sohn. Der eingeborene Sohn, der vor innen klingt. Ja. Und wenn das immer lauter wird, heißt der Moment, wo sozusagen die Schwingung von innen die Kapsel durchdringt, Jesus Christus. Ich verstehe dich, ja. Ich verstehe, dass das jetzt an dieser Zeitqualität auch uns hilft, diesen problematischen Zustand zu heilen. Nur unterscheiden wir uns dadurch, dass ich eben beobachte, wie Menschen diesen Impuls auch unterdrücken, betäuben oder verdrängen können. Das heißt, das hinauszögern können. Dreimal wirst du mich verleugnen. Und da möchte ich den Menschen einfach nur... sich in geistiger Sittlichkeit üben. Und deswegen haben wir ja von außen das Prinzip testen, testen, testen. Jeder hat jetzt die Chance, dass er sich der Situation, der er gegenübersteht, stellt. Ja. Und sein Bewusstsein zum Ausdruck bringt. In welchem Bewusstsein schwingst du? Argumentier, sag mir's. Sprich es aus. Sei das lebendige Wort. Beruf dich auf keinen Ziedel, auf keinen anderen, auf keine Unterschrift. Sondern erzähl mir, wo du geistig stehst. Bist du ein Liebeswesen? Bist du nur eine Gefahr für andere? Dann wirst du wahrscheinlich länger an der Kette hängen. Mhm. Ja, natürlich. Wenn du keine Gefahr bist für alles, weil du im Bewusstsein so viel Selbstbeherrschung schon gesammelt hast, dass man dich auch reizen kann und du trotzdem nicht ausflippst, dann wirst du in Jesus da rausse marschieren. Jesus ist die Schwingung, ich und du, Müllers Kuh. Müllers Esel, der schert zu. Ich und du. I, S, also nicht nur du, sondern S, I, S, U, S. Das heißt, die geistige Mitte mit dem geistigen Umfeld im Umgang, U, S, U, S. Ist ein ewiger Klang und gehört zu uns wie Judas. Natürlich. Ist dieselbe Schwingung, nur halt nicht dieselbe Schwingung. Es ist dieselbe Prinzip. Es schwingt. Ist eine Güte von uns. Jesus, Petrus, Christian, Joe, Johannes. Danke. Das sind alle diese Schwingungen. Und in Jesus, im geistig-sittlichen Wesen geht es da raus. Das kann jeder jetzt tun. Oder zumindest zum Üben anfangen. Genau. Ja, wie gesagt, da haben wir ein bisschen eine Diskrepanz zwischen unserer Weltanschauung. Aber ich bin neugierig, wie das in 10 oder 20 Jahren sich gebären wird. Wie sich das offenbaren wird. Ich habe wirklich gesagt, ich habe gern Unrecht, wenn du recht hast. Aber ich kann auch für meine Schwingung nichts dafür, dass ich die Dinge so sehe, wie ich sie sehe. Genau. So jeder sich selbst erkennen als Schwingung. Gleichzeitig vergeben. Für alles, was er nicht besser wissen hat können. Weil der Geist ist sowieso ewig. Und der Geist ist unkränkbar. Er ist unzerstörbar. Er ist unberechenbar. Ja. Deswegen ist er auch nicht zurechnungsfähig. Weil man ihm nicht dazurechnen kann in die Rechnung. Ja, schon klar. Der Joker ist nicht zurechnungsfähig, quasi. Der kommt und sticht. Mit dem kannst du nicht rechnen. Außer du redest, wenn du mit ihm rechnen musst, darfst du aber auch nicht die beschweren, wenn er erscheint. Wenn du mit ihm rechnen. Ich weiß schon, was meinst du, ja? Genau. Der Geist ist nicht kränkbar. Wer gekränkt ist, ist im Ego krank. Genau. Ja, nicht der Geist ist, das ist die Essenz. Und jeder von uns ist das. Bei der Kränkung kann man entweder böse sein auf denjenigen im Außen, der diese Kränkung hervorbringt scheinbar. Man könnte aber sagen, Dankeschön, dass du etwas in mir sichtbar machst, was die ganze Zeit schon in mir herumgeschwungen ist. Genau. Man könnte einem dann noch nachgeschmeißen, übrigens, nette Verzerrung. Ja. Verstehst du, weil jeder rennt mit seiner eigenen Verzerrung durch die Gegend und spiegelt dem anderen sich. Ja. Also, er ist arm zurück. Jeder sieht dieselbe im Anderen. Und je verzerrter der Andere ist, umso verzerrter sehe ich mich gespiegelt. Damit muss ich ja immer kalkulieren. Die Verzerrung des Anderen. Genau. Und man sieht immer sich selber, halt eben verzerrt. Und da, wenn es mich wo stört, dann muss ich eben genauer hinschauen. Und das sind meistens die ärgsten Zerspiegel. Und da muss ich eben auch die Verantwortung für meinen Gemütszustand übernehmen. Weil wenn der Andere es schafft, mich aus meiner Ruhe zu holen, ist nicht der Andere schuld. Dann habe ich mich aus der Ruhe. Genau. Die Anderen sind alle normale Spiegel. Da weiß ich eben, Schaufenster und vorbeigehe. Ah, ja, ich war beim Friseur. Ich weiß nicht, schau, wie ich ausschau. Und da kann man entweder in Verurteilung oder in Dankbarkeit reagieren oder antworten. Genau. Ja. Ich beobachte halt eben jetzt auch bei den Demos wieder, wie die Menschen sagen, sie wollen eine andere Gesellschaft haben. Also das, was jetzt ist, wollen sie nicht. Aber sie gehen zu einem anderen hin, dass der das ändern soll. Und ich habe heute einen tollen YouTube-Kommentar gekriegt auf einem Video, wo jemand geschrieben hat, wenn wir das sind, wenn wir Gesellschaft sind, können wir sie ändern. Und das finde ich sehr bezeichnend, weil wir uns ja für gewöhnlich von Gesellschaft abkapseln oder uns nicht verantwortlich fühlen. Und das ist ein Schritt in eine Abwärtsspirale. Das geht auf kurze Zeit gut, weil du von den Problemen da draußen nicht berührt bist, weil du dich ja abgekapselt hast. Aber auf Dauer kommt das irgendwann einmal in dein persönlicher Lebensfeld. Und ich glaube, dass Corona eben etwas ist, das uns alle zwingt, einmal nachzudenken und uns zu beleuchten, in was für einem Bewusstseinszustand leben wir eigentlich die ganze Zeit. Ja, lass uns die Gesellschaft in Frage stellen. Ja. So wie alles in Frage gestellt gehört natürlich. Ja. Und wenn man die Gesellschaft in Frage stellt, dann habe ich eh schon länger behauptet, nach der Gesellschaft kommt die Meisterschaft. Äh, inwiefern? Die Meisterschaft. Mut zur Meisterschaft. Dass die Gesellschaft ausgedient hat. Ja. Gesellschaft ist ein anderes Prinzip als Meisterschaft. Das ist richtig, ja. Jeder Mensch ist jetzt aufgerufen, in die Meisterschaft zu streben. Genau. Weil das Gesellschaftsprinzip einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist wie, wenn du sagst, das liegen lauter Eier im Nest. Ja. Und die Hähne sitzt drauf. Die Mutterkirche sitzt als Glucke auf alle Eier, die da acht Milliarden Eier quasi küken. Mhm. Potenzielle Küken. Und sobald die Eier zerbrechen und die Küken ausreinen, das ist der Beginn der Meisterschaft fürs Küken. Vorher war es die Gesellschaft. Genau. Und in dem Moment, wo es alleine verantwortlich ist für den nächsten Schritt, ist das die Meisterschaft. Und da sind wir jetzt. Jeder Mensch ist jetzt ausgebrütet, gut behütet, ausgebrütet und er ist aufgerufen, das Nest zu verlassen. Deswegen drängt auch das System, die Menschen gerade ekelhafterweise auf alle Ecken aussehen. Das ist richtig, ja. Aussehen aus dem Nest. Ihr seid groß genug, jetzt rennt es einmal endlich umeinander, lasst euch nicht alles vorsetzen, sondern fangt an zu suchen. Aber dieses Herausdrängen eben birgt die Gefahr, dass ich sage, ich möchte für das, was ich da sehe, nicht verantwortlich sein und kapsel mich noch weiter ab oder gehe als Aussteiger oder was irgendwo in die Einzelnelei. Ich glaube, dass die Lösung darin liegt, dass wir jetzt in uns den Brückenschlag eigentlich vollziehen. Dass wir selber zum Pontifex werden. Dass wir alle Spaltungen in uns, und das kann man im Alltag beobachten, indem du als Grünen Wähler die FPÖ verurteilst oder als Demonstrant die Regierung. Es ist wurscht. Überall, wo Spaltung ist, lebst du in Spaltung und hast du in dir den Brückenschlag nicht vollzogen. Und damit bist du noch immer eine Gefährdung für die Welt, weil du nicht das All-Eins-Bewusstsein hast, wo du sagst, es gibt nicht die Welt, ich, meine Leben und die anderen, sondern ich und meinesgleichen. Also diesen Gleichheit auf Augenhöhe. Alles Eins. Mhm. Es ist ein bisschen was Koloss von Rodos-haftiges. Ja, 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 diese Spaltung, dieser Spagat. Der Koloss von Rodos, der mit einem Fuß dasteht und mit dem anderen Fuß dasteht, wir sind geistig schon ganz woanders, als wir noch mitspielen müssen. Ja. Du denkst, das ist ein Weltwunder. Ja. Das ist ein Weltwunder. Ja. Das musst du mal kennen. Geistig ganz woanders stehen, als du da mitspielst, ohne dass du ausflipst. Aber wenn du dann in der Liebe bist, verschwindet dir der Spagat. Der Koloss von Rodos kann das eben. Deswegen ist der Koloss von Rodos das Weltwunder. Der steht mit einem Fuß da, mit einem Fuß da und hält die Verbindung. Das ist ja von uns gefordert, dass wir mit der Materie noch im alten Stängern, während wir schon beflügelt ganz neue Ideen hätten für wie es alles gekommt, aber wir erleben wie gefangen die Materie in ihrer Trägheit, da wie langsam das alles da ist. Das ist der Moment Koloss von Rodos, wo du beide Welten als Geist halten kannst. Das ist ein Kompliment, wenn das jetzt anbringt, das ist ein Weltwunder. Genau. Ja, für mich ist das, für mich ist jede Metapher, die eigentlich das Unbeschreibliche beschreiben möchte, müsste eigentlich ein Paradoxon sein. Zum Beispiel, was ich gestern noch gesagt habe mit dem Wasserglas und dem Benzintropfen, da habe ich natürlich vergessen zu erwähnen, und das ist ganz wichtig, dass der Benzintropfen eigentlich eine Illusion ist. Der Benzintropfen ist eigentlich auch Wasser. nur in meiner gespaltenen Wahrnehmung der Welt, indem ich Dinge verurteile und sage, das will ich nicht haben und Dinge befürworte und sage, das mag ich, spalte ich die Welt in Gut und Böse, in das will ich, das will ich nicht und verhindere damit, dass eigentlich das Leben selber, das was ist, meine Autorität wird und sagt, es ist, wie es ist, also muss es gut sein. Wir maßen uns an zu sagen, das was gut ist und da teilen wir ihnen das mag und das mag ich nicht. Und diese Spaltung in einem zu beenden, dass du sagst, ich bin im Frieden mit dem, was ist. Das ist, glaube ich, die Lösung, weil in dem Moment, wo du aus dieser Spaltung austrittst und auch den Sinn und Zweck dessen verstehst, das du ablehnst, das du verurteilst und das in dir integrierst, wird aus diesem Benzintropfen Wasser und auf einmal hast du 100 Prozent Wasser. Feuer Wasser. Ja, nein, du verstehst schon mal, von sich aus, das ist eigentlich eine paradoxe Metapher. Es gibt ja nichts Giftiges, wenn du das so siehst, nach Paracelsus, weil alles natürlich ist. Dann kannst du nicht sagen, das ist unnatürlich, weil das ist natürlich alles natürlich da. Auch das ärgste Chemillabor kann nur natürliche Sachen produzieren, weil aus was operiert. Ist schon richtig, die Dosis macht das Gift. Genau. Und wenn ich sage, ich bin das alles, wo bin ich denn das, wie klingt denn das, wie heißt denn das, wo bin ich denn das, dann kann Benzin und Atom und was es gibt, Chemtrail, was alles glaube ich, das bin ich doch. Wenn ich alles bin, bin ich das. Dann kann mich das weder schädigen noch Dings. Aber das ist ein intellektuelles Eingeständnis, aber das musst du auch spüren und leben können. Und das ist wieder ein anderer Schritt. Das ist ein Schritt weiter. Irgendwann verinnerlicht es sich. Man kann sich das programmieren. Irgendwann, ich glaube eben, dass du dir auf deine Ängste und Schamgefühle, auf das, wo du nicht hinschauen möchtest, wenn du das mit deinem Bewusstseinslicht anschaust, fangt es an sich zu transformieren und zu heilen. Und dann kommst du auch vom intellektuellen Verstehen in das Herz. Ich glaube, dass es gerade alles heilt, Christian, egal in welche Richtung, dass man es anschaut, es geht alles in die Heilung. Ja, aber ich sehe, dass Menschen eben entweder hinschauen können oder flüchten oder es angreifen. Das ist einmal Tatsache. Und dann flüchten, rennen sie quasi auf der Flucht, vollgas in die Heilung. Ich weiß es nicht. Also für mich kann dieses Spiel ewig dauern. Und du sagst jetzt, jetzt kommt das große Erwachen. Deswegen habe ich gesagt, für mich ist es nur ein Umbau der Bühne. Für mich kommt jetzt die halbe Ewigkeit im Licht. Ich freue mich, wenn es so ist. Weil die letzte halbe Ewigkeit war es finster. Da haben wir diese Unendlichkeit erlebt. Und wir sind in Ewigkeit gefangen, verdammt in alle Ewigkeiten. Das sind wir da, zur Hälfte hell, zur Hälfte dunkel. Wie im Außen, so im Innen, wie im Außen, so im Kleinen. Dann ist das jetzt der Zeitpunkt, wo alles hell wird. Und wir uns darauf verlassen können, dass Gott eh schon übernommen hat. Nur der Mensch noch so in seine alten Konzepte hängt, dass er gar nicht sieht, dass er es schon auslassen kommt. Und das mag ein kleiner Anreiz sein, ein bisschen mutiger zu sein und sich in die Schöpfung fallen zu lassen und zu sagen, dem will ich geschehen. Das ist so leicht gesagt, sich in die Schöpfung fallen zu lassen. Eine Sekunde. Ich habe auch zu dir gesagt, dass dieser Sonnenaufgang, von dem du redest, für mich ist diese Sonne ja eigentlich nie untergegangen. Wir reden ja da von der Liebe eigentlich, die ja ständig präsent ist, aber nur vergessen wurde. Für mich ist diese Metapher ein bisschen problematisch mit dem auf dem Sonnenaufgang warten, weil so gesehen hast du recht. Da kannst du nichts tun, dass die Sonne schnell aufgeht. Aber was ist, wenn die Sonne so wie jetzt die ganze Zeit scheint und wir nur die Augen lieber zu haben bewusst, sodass wir eigentlich auf etwas warten, was von uns ausgehen muss. Nämlich, dass wir die Augen öffnen und wir sie aber auch aus Angst geschlossen halten. Oh, was könnte da draußen so helles sein? Ich habe Angst davor. Ich bin lieber in der Dunkelheit. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, die das jetzt anschauen, das Gefühl haben, dass sie nicht absichtlich ein Auge aufgemacht haben. Die sind aus ihrem alten Leben ausgegriffen worden, weil sie die Dinge auf einmal ganz anders gesehen haben. Quasi über Nacht. Das mag schon sein. Und so gesehen sind wir nicht verantwortlich dafür, wann unser Auge aufklappt. Vielleicht können wir es ein wenig füttern, dass es feindlicher ist. Es ist die Vergiftung mit Aspartam und all diese Gifte. Glutamate und sowas da reinhauen. Das macht angeblich die Zirbeldrüse ein wenig milchig. Ja, genau. Das heißt, was das betrifft, ist es nicht so leicht, das Licht wahrzunehmen. Du bist ja schon, äh, 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 aber siehst du es nicht so? Und du kannst dich ein wenig füttern, was das Aufwachen betrifft, indem du reines Wasser trinkst. So wie der Ronaldo jetzt da das Cola weggestellt hat bei der Pressekonferenz von der EM. Das ist offenbar gerade im Zeitgeist. Wasser, 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 reinigen. Das stimmt, weil das trinke ich seit Jahren schon. Ja, das stimmt. Genau. Und so gesehen kann man da ein bisschen unterstützend wirken. Aber ob das jetzt der Effekt ist, dass man früher aufwacht, weiß man nie, weil es könnte auch genau der Zeitpunkt sein, wo ich von Haus aus aufgewacht war. Goethe hat es ja immer gesagt im Faust. Geheimnisvoll am lichten Tag lässt sich Natur des Schleiers nicht berauben. Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag, das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben. Genau. Das spricht zwar wieder für dich, ja? Danke. Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, es ist eine Mischung aus dem, was du sagst und ich sagst. Es ist ein Zeitfaktor. In meinen Augen ist es auch ein bewusster Akt des Menschen. Ihr könnt euch das für euch entscheiden. Sowohl für ihn als auch für mich gilt die Unschuldsvermutung. Immer. Und abschließend wollte ich noch sagen, Joe, was mir an dir sehr gefällt, ist diese kindliche Unbekümmertheit, diese Leichtfüßigkeit, diese Sonntagskind-Mentalität. Das fällt mir bei dir sehr positiv auf. Was ich natürlich sagen muss, was ich wieder schade finde von meiner Perspektive ist, dass ich bei dir eine fehlende Demut im Forschen beobachte. Du weißt mir zu viel, du gehst mir zu selbstbewusst an die Sachen heran und das macht für mich ein bisschen das Gespräch schwierig. Ja, du unterschätzt die Zeit, die in ganz viele Sachen schon eingedenkt hat. Nein, das unterschätzt eben nicht. Du unterschätzt mich, dass ich das unterschätze. Das habe ich allem Rechnung getragen. Ja. Du beginnst halt in den Gesprächen nie mit Unwissenheit. Du beginnst schon mit Wissen. Ja. Und das ist das, was mir ein bisschen seltsam aufstößt. Sondern mit schon darüber nachgedacht. Ja, ja. Ja. Da ist schon was. Und während ich da nicht komme, auch wieder neue Fäden. Es ist ja nicht so, dass ich da ein fixes Konzept präsentiere. Sondern während ich darüber diskutiere. Das ist schon richtig. Entstehen dann auf einmal neue Gedanken, wo ich auch sehr dankbar bin um diese Gespräche. Weil ich ja meine Schrumpelkugel, die ich da zelebriere, damit wahrscheinlich ausglätten kann. Dass immer wieder irgendwas dazukommt, wo ich mir denke, ja genau, es kommt mir so. Und ich schaue, dass das einfach eine runde Geschichte ist, die ganze Zeit. Das ist mein Hauptfokus. Es sind auch für mich die Gespräche mit dir sehr konstruktiv. Und du forderst mich sehr in meinem Geist. Und dafür bin ich dir auch dankbar. Danke. Und in diesem Sinne, machen wir auch ein Ende, oder? Genau. Das war unser Lebenszeichen. Ja, genau. In dreifacher Ausführung quasi. Den Joe geht's gut. Mir auch. Die Trinität haben wir jetzt durch. Ja, die Katze ist auch da. Das Prinzip Löwe zwischen uns, das ist schön. Ja, alles Liebe. Danke fürs Dabeisein. Und Happy Apokalypse und alles. Mir ist nichts mehr hinzuzufügen. Und Happy Armageddon. Ja. Das ist das. Ciao. Bye Bye.